Guten Abend Brandenburg und ganz herzlich willkommen. Ingo Bötig ist auch wieder dabei für die Kurzmeldungen. Guten Abend. Wir erst mal einen Überblick verschaffen, das sind heute einige unserer Themen. Ja zur Windkraft, Beschäftigte fürchten um Jobs, extreme Trockenheit, immer neue Waldbrände und suspendierte Chefs, Stadtwerke prüfen Geldzahlungen. Windkraft-Demonstrationen gibt es immer mal wieder. Bisher aber waren es immer die Gegner, die auf die Straße gegangen sind. So gesehen muss das heute vielen vor dem Landtag wie eine verkehrte Welt vorgekommen sein. Dort standen auf einmal die Windkraft-Befürworter mit ihren Plakaten, hauptsächlich Beschäftigte aus der Branche. Sie fürchten um ihre Zukunft, denn der Gegenwind wird größer. Jetzt bläst er ihnen auch aus der Bundespolitik ins Gesicht. Michael Schoen. Es gibt viel zu verlieren. So sehen das zumindest die Windkraft-Befürworter. Für sie steht die ganze Energiewende auf dem Spiel. Sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr, drohen immense Umweltschäden. Der Klimawandel ist ja voll im Gang. Das heißt für mich immer wieder, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen aufs Gaspedal drücken, anstatt Gas rauszunehmen aus diesem ganzen Prozess. Die Bundesregierung aber will den Zuwachs erneuerbarer Energien beschränken. Das heißt, sie sollen weiter ausgebaut werden, aber nicht grenzenlos. Derzeit liegt der Anteil von Solar-, Biogas- und Windkraft am Energiemix bei 33%. In knapp zehn Jahren sollen es höchstens 45% sein, erst in 20 Jahren maximal 60%, 80% erst 2050. Außerdem soll es in Zukunft mehr Wettbewerb beim Bau neuer Anlagen geben. Die Hersteller machen sich jetzt Sorgen. Dass also ein massivster Preisdruck oder Preiskampf entstehen wird, den wahrscheinlich nur die großen Energieversorgungsunternehmen überleben werden. In Brandenburgs SPD-geführten Wirtschaftsministerium hat man weniger die Energieversorger im Blick als den Geldbeutel der Stromkunden. Denn die finanzieren den Öko-Ausbau und zahlen dafür schon jetzt mehr als 6 Cent pro Kilowattstunde drauf. Die sogenannte EEG-Umlage. Zum einen soll mit dem Ausbaudeckel auch eine Kostenbremse eingezogen werden, weil die EEG-Umlage ja sehr hoch ist, viele Haushalte belastet. Also eine Kostenfrage. Und der zweite Punkt ist, der Netzausbau kommt nicht hinterher. Und wir müssen dringend hier nachbessern und die Netze stärker und besser ausbauen, damit der erneuerbare Strom auch wirklich in den Haushalten und Unternehmen ankommen kann. In Sachen Energie spiegelt sich die Große Koalition im Bund auch in Brandenburg wieder. Auch bei der CDU wenig Verständnis für die Windkraftlobby. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man auch der erneuerbaren Energien stärker vermitteln muss, dass sie einerseits sich den marktwirtschaftlichen Kriterien unterwerfen müssen, so wie es alle anderen Unternehmen auch tun. Und zweitens, dass wir als Staat dafür auch Forschungsgeld zur Verfügung stellen, damit wir im Bereich der Speicherentwicklung vorankommen. Härtere Zeiten, darauf muss sich die Öko-Branche wohl einstellen. Wieder mal Schlagzeilen bei den Stadtwerken, wieder mal in Potsdam. Zwei Geschäftsführer von Tochterfirmen sind kurzfristig suspendiert worden. Es gibt wohl Unregelmäßigkeiten, die bei einer Revision aufgefallen sind. Bei so manchem werden jetzt möglicherweise Erinnerungen an die Stadtwerke-Affäre vor fünf Jahren wach. Damals wurde dem Geschäftsführer fristlos gekündigt. Es gab den Verdacht der Untreue. Über den aktuellen Fall berichtet jetzt Tim Jäger. Die zwei Geschäftsführer von Tochterunternehmen der Stadtwerke sollen einer Mitarbeiterin mehrfach Gehaltserhöhungen gewährt haben, in erheblicher Höhe, auf letztlich über 100.000 Euro im Jahr. Ab 50.000 schon hätte die Stadt als Gesellschafter ihre Zustimmung geben müssen. Die aber wurde offenbar nicht informiert. Intern heißt es, der Oberbürgermeister nehme das Ganze sehr ernst. Offiziell wollen Stadtwerke und Stadtverwaltung heute nicht Stellung nehmen. Im Stadtparlament allerdings sorgt das Ganze für Unruhe. Mehr als 100.000 Euro ist es mehr als eine Unregelmäßigkeit. Da müssen wir schon genau gucken. Hallo, das ist unser aller Geld. Und dafür gibt es Gesellschaftsbeschlüsse, dafür gibt es Regeln. Dafür werden die gemacht und wenn es sich nicht daran hält, das ist wenig positiv. Und jetzt ist die Frage, wer hat das veranlasst? Haben die beiden das nur abgezeichnet, der Veranlassung eines Drittens? Oder war das ihre eigene Entscheidung? Ich glaube, da ist erheblicher Erklärungsbedarf. Das Ganze bekommt eine besondere Note, bedenkt man, dass es sich bei besagter Mitarbeiterin um eine enge Vertraute des ehemaligen Stadtwerkeschefs Peter Paffhausen handeln soll. Paffhausen war vor fünf Jahren über sein eigenwilliges Finanzgebaren gestolpert. Und nun? Sonderzahlungen und fortwährende Gehaltserhöhungen für die Mitarbeiterin? Das klingt nach Versorgung. Intern heißt es in Potsdams Rathaus, dass es hier wohl nicht nur um eine simple Unregelmäßigkeit, sondern womöglich um Untreue ginge. All dies bislang Verdacht, nicht offiziell bestätigt. Nach unruhigen Jahren funktioniert nun aber offenbar das interne Aufräumen bei den Stadtwerken. Der aktuelle Fall wurde von der eigenen Revision bemerkt, geprüft und hat nun zu Konsequenzen geführt. Dauereinsatz für die Feuerwehr. Zwischen Zossen und Barutbranden gleich zwei Waldstücke. Eines war zwischenzeitlich schon gelöscht, dann aber hat sich das Feuer erneut entzündet. Die Waldbrandgefahr im Land ist weiter extrem hoch. Auch bei Jüterbock ist die Situation nach wie vor brenzlig. Juliane Kerber berichtet. Als wir uns dem Brandherd nähern dürfen, züngeln noch kleine Flammen aus den Glutnestern. Windböen entfachen sie immer wieder neu. Der kräftige Ostwind ist heute die größte Sorge. Dazu die Trockenheit, eine gefährliche Mischung. 15 Hektar Wald haben allein hier bei Jüterbock bis gestern Abend gebrannt. Die Feuerwehr konnte nur verhindern, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet. Löschen kann sie auf dem früheren Truppenübungsplatz Altes Lager nicht. Hier ist ein Brandschutzstreifen gezogen worden und beräumt. Und alles, was dahinter ist, da liegt Munition drin von ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Und da können wir nicht rennen gehen, weil das doch explodieren kann. Und alles tut explodieren. Hat man ja gehört, dass es explodiert. Und da können wir nicht tätig werden als Feuerwehr. Im gesamten Land Brandenburg kamen mit dem schönen Wetter auch die Waldbrände. Allein 20 Mal brannte es in Brandenburgs Wäldern in den vergangenen fünf sonnigen Tagen. Ein Schwerpunkt der Fleming. Fünf Brände seit dem Wochenende bei Zesch am See, Barut Mark und Altes Lager waren die Feuerwehren auch heute im Einsatz. Der alte Truppenübungsplatz bei Jüterbock soll Wildnis werden. Schadensbegutachtung nach dem durch alte Munition ausgelösten Brand. Es war bloß ein Bodenfeuer gewesen. Die Bäume, die hier draufstehen, haben es größtenteils auch überstanden. Die haben es überlebt und der Schaden ist nicht so groß. Erst einmal, denn die Lage bleibt brenzlig. Die Sonne lässt die Waldbrandgefahr weiter steigen. Fast wie im Hochsommer. Morgen gilt hohe und höchste Warnstufe im gesamten Land. In Jüterbock kontrolliert die Feuerwehr weiter stündlich die Brandherde. Immer entlang an der Brandschutzschneise. Passen Sie also auf, wenn Sie dort in der Nähe unterwegs sind. Wir kommen zu den Meldungen des Tages, die mit einem tragischen Unglück beginnen. Ingo Bötig. In der Nähe von Karlau ist vorige Nacht ein junger Mann ums Leben gekommen, bei einem Verkehrsunfall. Doch statt lebensrettende Maßnahmen einzuleiten, war die Fahrerin zunächst geflüchtet. Auf dieser Landstraße fand die Polizei des Unfallopfer. Daneben lag Spuren und Splitter eines Pkw. Der Tote war nackt. Dass der Mann unbekleidet war, war für uns auch erst mal ungewöhnlich. Wir haben dann in 100 Meter Entfernung seine Bekleidung im Wald gefunden. Und der starke Alkoholgeruch lassen darauf schließen, dass er übergemäß diesen konsumiert hat, sich dann entkleidet hat und aus welchen Gründen auch immer die Straße da entlang gelaufen ist. Am Vormittag meldete sich eine 78-jährige Frau und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt, außerdem musste sie eine Blutprobe abgeben. Die Leiche des Opfers wird jetzt obduziert. Nach ersten Angaben soll es sich um einen 23-jährigen Mann handeln. In der Nähe von Fürstenwalde ist vergangene Nacht ein Sattelschlepper ausgebrannt. Auch die Ladung, zwei Zugmaschinen, wurde weitgehend zerstört. Die Feuerwehr war seit Mitternacht vor Ort und bekämpfte die Flammen mit Schaum. Das Feuer war offenbar während der Fahrt ausgebrochen. Als Grund wird ein technischer Defekt vermutet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch stoppen und sich in Sicherheit bringen. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 168 über Stunden voll gesperrt. Die Steuern sprudeln, auch in den kommenden Jahren. Das hat die neue Steuerschätzung ergeben. Finanzminister Görke hat die Zahlen für Brandenburg heute vorgestellt. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im November erwartet das Land in diesem Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 61 Millionen Euro. Im kommenden Jahr klettern sie auf 108 Millionen und 2018 sogar auf rund 145 Millionen Euro. Nach der Dienstwagenaffäre des ehemaligen Justizministers Markov wird jetzt auch gezahlt. Die Kosten für die umstrittene Nutzung übernimmt sein Parteikollege von Die Linke, Finanzminister Görke. Das hat seine Sprecherin bestätigt. Demnach will Görke aus privater Tasche 435 Euro zahlen. Markov selbst hatte das abgelehnt, weil das seiner Meinung nach einem Schuldeingeständnis gleichgekommen wäre. Stattdessen hatte Markov 1000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung gespendet. Wo werden neue Wohngebiete entstehen? Einkaufszentren, Windparks oder auch Tagebaue? Das alles beschreibt der neue Landesentwicklungsplan für die Regionen Brandenburg und Berlin. Die Landesregierung hat den Entwurf dazu heute in Potsdam verabschiedet. Ein Plan für die kommenden 15 Jahre mit dem Kern. Wachstum soll es vor allem von Berlin aus sternförmig entlang der Schienenwege geben. Da sollen in Städten neue Wohnungen gebaut und Unternehmen angesiedelt werden. Hunderte Umweltschützer haben in Prochim bei Welzow ein sogenanntes Klimacamp aufgeschlagen. Damit demonstrieren sie gegen die Erweiterung des nahegelegenen Tagebaus Welzow-Süd, dem der Ort Prochim weichen müsste. In verschiedenen Workshops geht es um das Thema Energie. Die Aktivisten wollen aber auch den zivilen Ungehorsam proben. Für das Wochenende ist eine Demo mit bis zu 2000 Kohlegegnern geplant. Das Bündnis Ende Gelände hat dazu aufgerufen. Sie wollen im Tagebau Welzow-Süd-Bagger blockieren und damit den Betrieb lahmlegen. Die Oder ist touristisch bisher nicht so richtig entdeckt worden. Klar, es kommen Besucher, aber es könnten eben auch durchaus mehr sein. Dafür aber müsste man den Gästen auch mehr bieten. Bootsrundfahrten zum Beispiel. Das war wohl auch ein Thema bei der Wassertouristikkonferenz heute in Eisenhüttenstadt. Ja und dort in Eisenhüttenstadt ist bisher immer mal wieder ein Ausflugsboot unterwegs, aber eher sporadisch. Ein polnisches Projekt, das auf der deutschen Oder-Seite gerne öfter anlegen könnte. Fred Pilarski. Leinen los. Die Winterpause ist vorbei. Seit einigen Tagen fährt die C4 wieder über die Oder. Das Ausflugsschiff gehört einem polnischen Verein. Er hat 5 Millionen Euro Investitionsförderung aus Brüssel bekommen. Das ist eine polnische Idee. Noch vor zwei Jahren waren die einzigen Assoziationen zur Oder, Grenze, Hochwasser, Schmuggel. Wir wollen mit den Wasserreisen dieses Bild ändern und es ist ein grenzüberschreitendes Projekt. An Bord vergnügen sich Ausflügler aus den beiden Nachbarländern und Touristen von nah und fern. Solche Fahrt ermöglicht einen anderen Blick auf den Fluss. Wenn man am Fluss wohnt, nimmt man ihn als Hindernis wahr. Und während einer solchen Fahrt sieht man auf einmal, dass der Fluss die zwei Ufer verbindet. Ich bin hier mit meinen Freunden und Kollegen. Ich genieße diese Reise und fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Man trifft immer Leute auf beiden Seiten, sei es auf polnischer oder auf deutscher Seite, mit denen man sich auch mal unterhalten kann. Ich kann zwar kein Polnisch, habe aber in jedem Rucksack und in jeder Tasche ein kleines Wörterbuch. Und irgendwie, ja, ist schön. Die C4 kommt jeweils für einige Tage in eine Stadt und startet von dort aus zu Rundfahrten. Für einen moderaten Preis, 16 Swatty, etwa 4 Euro pro Erwachsenen, kostet eine dreistündige Fahrt. Das Schiff bedient in der Saison fünf Häfen, drei in Polen, zwei in Deutschland. In Eisenhüttenstadt ist man unzufrieden, weil die C4 hier zu selten anlegt. Der Tourismusverein hatte sich die Zusammenarbeit anders vorgestellt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass das Schiff mit einem regelmäßigen Tonus hier anlegt. Also zumindest alle 14 Tage oder alle drei Wochen. Leider gelingt es der Stadt nicht, dort auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Also es wird eher weniger. Zwei- bis dreimal im Monat ist einfach so gut wie nichts. Der Betrieb des Schiffes muss bezuschusst werden, doch das Geld kommt ausschließlich von den beteiligten polnischen Städten. Deshalb liegt die C4 öfter in Polen an, als auf der deutschen Seite. Wir bleiben an der Oder, gehen flussabwärts in die Uckermark, Schwedt. Ja, und Schwedt und die Industrie, da werden die meisten jetzt erstmal an das PCK denken. Klar, aber Schwedt ist auch eine ganz große Nummer in der Papierherstellung. Rund 2000 Arbeitsplätze hängen da dran. Einige davon mit ungewisser Zukunft, denn auf dem Papiermarkt ist gerade eine Menge los. Sinkende Auflagen von Tageszeitungen spielen da eine Rolle. Oder auch die Konkurrenz aus den Billiglohnländern. Der Papierstandort muss sich neu sortieren und das tut er gerade auch. Ricardo Wittig berichtet. Das sind die letzten Eierpackungen, die hier bei Hartmann in Schwedt produziert werden. Bis zu 500.000 waren es pro Tag, 25 Jahre lang. Jetzt ist Schluss. Das dänische Unternehmen verlagert die Produktion nach Osteuropa. Mehr als 80 Arbeitsplätze gehen verloren. Wir haben mit der Konzernspitze nochmal gesprochen. Die Standortentscheidung zugunsten eines ungarischen Standortes wurde im Vorfeld schon getroffen. Und man hat eigentlich Schwedt bloß noch runtergefahren und da war nichts mehr zu retten. Wir bedauern das sehr. Auch das finnische Unternehmen UPM verlässt nach 15 Jahren Schwedt. Noch werden hier täglich mehr als 800 Tonnen Zeitungspapier produziert. 30 solcher Rundballen laufen hier jeden Tag vom Band. Die Auftragsbücher sind voll, die Produktion ausgelastet. Doch der Markt schrumpft jährlich um 5 bis 10 Prozent. Wir haben in den letzten Jahren eine Vollauslastung hingelegt. Das heißt, die Maschine war stets und ständig beschäftigt. Aber wenn man alle Prognosen in die Zukunft schaut, dann sieht man, dass der Markt weiter rückläufig ist. Da muss man klar sagen, dass die Zeitung, die klassische Zeitung, unser Produkt gegen Digi verloren hat. Im Gegensatz zu den Mitarbeitern der Hartmann-Gruppe müssen die 240 Papiermacher von UPM nicht mehr um ihren Job bangen. Das Nachbarunternehmen Leipa hat für 70 Millionen Euro das Werk gekauft. Leipa, der größte Arbeitgeber an diesem Standort, produziert vor allem Magazinpapier. Mit dem steigenden Bedarf von Verpackungsmaterial durch Online-Unternehmen will der Papierhersteller seine Produktion in diesem Segment ausbauen. Jetzt profitiert Leipa von dem Rückzug von UPM. Das ist zum einen die Übernahmemöglichkeit von hochqualifizierten Mitarbeitern ohne Sprachbarriere, ohne Kulturbarriere. Und zum zweiten das vorhandene technische Equipment, die vorhandene Papiermaschine, die sehr gut geeignet ist, sie umzubauen auf unsere Zwecke. Sie soll künftig Spezialmaterial für die Beschichtung von Wellpappen liefern. Dafür möchte Leipa 200 Millionen Euro in den Umbau investieren. Eine stramme Summe für den Ausbau des Papierstandortes Schwedt. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der eine, der sich erweitern will und Platz braucht und der andere, der aus dem Produktsegment raus will und für lange Zeit den Papierstandort Schwedt halten will. Für die UPM-Mitarbeiter scheint die Zukunft unter Leipa gesichert zu sein. Ende 2017 soll das neue Papier von der Maschine laufen. Vielleicht dann auch mit ehemaligen Mitarbeitern vom Eierkartonhersteller Hartmann. Am Pfingstmontag wird Manfred Stolpe, 80 Jahre alt, ein spannendes Leben, auf das er zurückblickt, in dem viel passiert ist, in dem er immer wieder an entscheidenden Stellen gewirkt hat. Als Verhandler der Kirche in der DDR zum Beispiel, als Ministerpräsident und später auch als Bundesverkehrsminister. In einem Buch erinnert sich Manfred Stolpe. Von Potsdam nach Pommern heißt es, heute wird es vorgestellt in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin. Und vermutlich gibt es dort auch ein Wiedersehen mit einigen Wildgefährten. Oder, Hanno Christ? Ja, und ob es dieses Wiedersehen gibt, es stehen einige durchaus prominente Gäste hier auf der Gästeliste. Frank-Walter Steinmeier hat sein Kommen angesagt, noch ist er allerdings nicht da. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke steht auf der Gästeliste. Und natürlich auch die alten Weggefährten aus dem Kabinett, aus der Frühzeit der Brandenburger Zeit. Hinrich Enderlein beispielsweise, Hans-Otto Preutigam, die beide Minister unter Manfred Stolpe waren. Das Buch, das jetzt hier heute Abend vorgestellt wird, ist ja die Essenz, das Extrakt aus einem sechs- bis siebenstündigen Gespräch, das über zwei Tage geführt wurde vom RUB-Chefredakteur Christoph Singelstein und dem ehemaligen Leiter von Brandenburg aktuell, Just Aran Bösenberg, die Stolpe schon sehr, sehr lange kennen. Und ohne dieses Gespräch hätte es auch dieses Buch nicht gegeben, das übrigens das Einzige ist, das so ein bisschen lebensumfassend ist. Manfred Stolpe hat ja schon einige Bücher veröffentlicht, eben aber noch keines, was tatsächlich sein ganzes Leben umfasst. Und ich habe ihn schon bereits letzte Woche gefragt, wie wichtig ihm das Bild ist, das Brandenburger heute von ihm haben. Wenn die alle sagen würden, das war eine schreckliche Zeit mit dem Stolpe, dann wäre ich traurig. Aber wenn ich unterwegs bin und mir nicht nur die Älteren, sondern auch manche Jünger die Hand schütteln und sagen, war gut, was sie gemacht haben und bleiben sie gesund, dann bin ich zufrieden. Ja und so sieht es aus, wenn Manfred Stolpe heute Bücher signiert. Man sieht ohne die persönliche Widmung, man kann auch übrigens daran ablesen, das sagt einem manchmal, wenn er Bücher signiert, am besten nicht mit dieser ganz persönlichen Widmung für, dann könnte man es ja eben auch nicht mehr weiter verschenken. Also man sieht daran, Manfred Stolpe ist durchaus kein sehr eitler Ministerpräsident. Ade. Vielen Dank, Hanno Christ nach Berlin. Die Gewinner des diesjährigen Motz-Kunstpreises stehen fest. Mehr dazu nach den Kurzmeldungen. Ingo übernimmt noch einmal. Der Landkreis Uderspray richtet ein eigenständiges Amt für Ausländerangelegenheiten. Das erste in Brandenburg. Heute wurden Einzelheiten vorgestellt. Leiterin des neuen Amts wird die Verwaltungswirtin Katja Kaiser. Mit insgesamt 40 Mitarbeitern soll sie für nahezu alle Belange von Flüchtlingen im Landkreis zuständig sein. Dazu zählen beispielsweise Fragen der Unterbringung und der Leistungsgewährung. Ein Konzept gibt es schon. Ziel ist einfach, dass wir alle Akteure, die mit Integration befasst sind, ermuntern und ansprechen wollen, Integration im Landkreis Uderspray erfolgreich zu gestalten. Mit der Konzentration auf ein Amt soll künftig die Betreuung von Asylbewerbern vereinfacht werden. Für Frankfurt Uderspray ist es eine tolle Nachricht. Dort soll ein neues Werk für Trockenmilch entstehen mit einer Investition von rund 30 Millionen Euro. Die Stadt hat jetzt zugestimmt, dem Unternehmen dafür ein Grundstück zu verkaufen. Firmenchef Wilke sagte dem RBB, mit dem Werk würden rund 60 Arbeitsplätze entstehen. Der Bau starte im kommenden Jahr. Emma Maria Lange ist tot. Das ist die Frau, die die legendären Figuren geschaffen hat, mit denen ganze Generationen groß geworden sind. Es sind Schnatterinchen, Herr Fuchs und natürlich Pitti Platsch der Liebe. Lange hatte sie im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks Ende der 1950er Jahre kreiert. Wie wir heute erfahren haben, starb Lange am 4. Mai in Potsdam nach einem Schlaganfall im Alter von 95 Jahren. Zitronensaftflasche, Maiskolben oder Sahnedose, alle aus Porzellan, alle eigenartig verformt. Solche Stillleben zeigen die beiden Japaner Nana Hirose und Katsuma Nagatani jetzt in Frankfurt-Oda. Die Künstler gießen Gipsformen mit einer Porzellanmischung aus. Die verformt sich anschließend beim Brennen im Ofen. Das Duo arbeitet in Frankfurt zudem am Aufbau einer weiteren Kunstserie zum Thema Wohnen. Die Ausstellung in der Galerie B ist bis zum 9. Juni zu sehen. Der Eintritt ist frei. Ab heute grasen wieder Wasserbüffel aus Brandenburg auf der Berliner Pfaueninsel. Die beiden Kühe mit ihren Kälbern beweiden Feuchtwiesen, auf denen andere Tiere nur schlecht überleben und Rasenmäher scheitern würden. Die kleine Herde verhindert unter anderem, dass Gehölze in die Höhe schießen und damit anderen Pflanzenarten das Licht nehmen. Die Tiere einer Züchterin aus dem Barnim bewohnen ihr Sommerquartier voraussichtlich bis Oktober. Der Kunstpreis der Märkischen Oder-Zeitung ist vielleicht die bedeutendste Auszeichnung für Künstler in Brandenburg. Dabei gibt es die Kategorien Malerei, Grafik und Kleinplastik. Seit heute stehen die Gewinner für 2016 fest. Die Jury hat entschieden, wie man so hört, nach langen und durchaus heftigen Diskussionen. Markus Woller berichtet. Dynamischer, jünger, aber auch düsterer als in den vergangenen Jahren. Über 300 Künstler hatten in diesem Jahr ihre Werke zum Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oder-Zeitung eingereicht. Rekord für den Wettbewerb, der seit Jahren von Brandenburg aktuell begleitet wird. In der Endrunde in der Eberswalder Märchenvilla standen heute nun 65 Werke. Für die Jury eine besonders knifflige Aufgabe. Man kann wirklich sagen, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Unser Ziel ist es ja nicht, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel haben, sondern wir möchten zum einen die Bandbreite haben und zum anderen merken wir anhand der Einreichungen, wie dieser Preis inzwischen angenommen wird, also von der Prignitz bis in den Spreewald. Mehrere Stunden lang sichteten die Juroren heute die Werke. Drei Künstler überzeugten sie am Ende mehrheitlich. Bedrohung, Überfahrt heißt das Bild von Annette Gundermann aus Berlin, Siegerin in der Kategorie Malerei. Mit seiner Aquatinta-Endstation gewinnt Peter Pansner aus Niedergörsdorf die Kategorie Grafik. Den Preis bei den Plastiken sichert sich erstmals eine Installation. Balance, eine kinetische Skulptur, nennt Alice Barra aus Potsdam ihr Werk. Seit 13 Jahren wird der Kunstpreis von der MOTS und der Stiftung Neuhardenberg ausgelobt. Leicht haben es sich die Juroren heute nicht gemacht. Mehrere Wahlgänge waren nötig. Eine Kampfabstimmung. In der Jury auch Brandenburg-Aktuell-Chef Oliver Jarasch. Ich finde die Vielfalt, die auch Brandenburg auszeichnet, die habe ich auch in den Kunstwerken hier verspürt. Es ist wenig Fröhliches, einiges Düsteres, aber sehr viel Energie. Ganz ähnlich sieht das auch Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck. Er war zum ersten Mal Teil der Jury. Es ist auch ein Spiegel der Zeit. Wenn man sich im Leben bewegt, dann weiß man, dass viele Menschen sehr nachdenklich sind, dass manche auch Ängste haben mit sich rumtragen. Dass es nicht so ist, dass im Moment der Optimismus die vorherrschende Denkungsart und Lebensart ist. Die Kunstpreisträger werden am 3. Juli in Neuhardenberg offiziell ausgezeichnet. Dann werden alle Werke der heutigen Endrunde noch einmal zu sehen sein. Jetzt kommen wir noch zum Wetter. Trotz der Sommertemperaturen, Warmbader wie ich müssen weiter auf 20 Grad Wassertemperatur warten. Zumindest draußen in den Seen. Noch sind die Temperaturen da deutlich drunter. Johanna Jambor mit den Aussichten. Es ist höchste Zeit, in diesen Tagen das Wasser-Thermometer rauszuholen. Denn die ersten haben bereits angebadet. Auch hier am schönen Deulowitzer See. Auch bekannt als die Badewanne der Gubener. Das mit der Badewannentemperatur üben wir hier noch. Aber hier fühlt sich nicht nur der Wetterfrust wohl. 11 Hektar groß, 8,5 Meter tief und glasklar ist dieser Natursee bei Guben. Es ist von gestern zu heute schon wärmer geworden. Es ist von gestern zu heute schon wärmer geworden. Die Gubener Badewanne, sagt man. Ja, das ist die Gubener Badewanne. Das ist schon immer gewesen. Und als ich Kind war, da sind wir schon mit den Eltern hierher gefahren, mit Oman und Opa früher hier. Ganz einwandfrei. Und jetzt sind wir über den Wetterbericht zu ihm gekommen. Jetzt sind wir wunderbar, freue ich mich. Ich glaube, ich stehe auf Ihrem Fuß. Das macht gar nichts. Soll ja morgen auch noch schön werden. Sind Sie morgen wieder hier? Nein, morgen will ich nicht hier. Wir schauen auf die Aussichten. Die Nacht wird mild und sternklar mit 8 bis 12 Grad maximal im Norden. Morgen wieder erhöhte Waldbrandgefahr bei sonnigen 24 bis 27 Grad in der Prignitz. Dauerkämperin Christel Schramm ist seit 33 Jahren am See. Da, was man für das alles braucht, was man hier kocht und macht. Sie kriegen aber auch so die kalten Tage noch mit. Kriege ich auch mit, ja. Aber ich gehe auch jeden Früh schwimmen. Ja, schon bei 8 Grad. Jetzt war ich schon an Baden. Und? Ja. Gut. Ja? Ja. Ich bin da kein Angsthase. Was gab es schon mal für Krisensituationen? Dann hatte ich im vorigen Jahr so einen kleinen Hurricane hier, so einen Sturm. Der hat hier unten am Wasser die ganzen Bäume, 9 Bäume in der Nacht umgehauen. Und man darf hier sagen, nach 33 Jahren nennt man sie wie hier? Campmutti. Campmutti. Ich helfe aus mit Getränken, mit Essen, wenn die Radcamper kommen und nichts mithaben. Frau Müller, das ist ein ausgezeichnetes Gewässer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Deulewitzer See gehört zu den EU-Gewässern, die regelmäßig kontrolliert werden. Und wir haben wieder die Auszeichnung mit 3 Sternen bekommen. Das ist die höchste? Das ist die höchste. Heißt besonders klar, oder? Besonders klares Wasser. Was sagen Sie denn, wie warm wird es denn sein? Ich würde schätzen, 15 Grad. Na, 15 Grad, super. Also, jetzt die Aussichten, das geht. Das Badewetter ändert sich aber noch 27 Grad am Donnerstag. Ab Freitag Regen und Gewitter, 17 Grad am Samstag. Die Boote kann man bei Ihnen ausleihen, auf jeden Fall? Die kann man bei uns täglich ausleihen. Ja. Wir melden in der Gaststätte. Ja. Die ist ab 15 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr, ab Mittwoch. Da gibt es auch ein Eis. Ein Eis, frische Getränke. Wir haben auch kleine Imbiss-Spezialitäten und am Wochenende Mittagstisch mit komplett angeboten. Also alles da. Und Sonnen kann man sich hier wunderbar. Der Wetterfrosch ist immer noch da. Genau, das reimt sich sogar noch. Das reimt sich sogar noch. Vielen Dank an beide Wetterfrosche. Und danach nehmen wir Sie hier im rbb-Fernsehen mit an Drehorte von legendären und auch weniger bekannten DEFA-Filmen. Das klingt spannend. Die nächsten Nachrichten dann um 21.45 Uhr in rbb aktuell. Ihnen allen einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Guten Abend Brandenburg und ganz herzlich willkommen für die Kurzmeldungen. Auch heute wieder mit mir im Studio Ingo Böttig. Guten Abend. Alles Wichtige vom Tag. Bei uns erfahren Sie es. Das sind heute einige unserer Themen. Gesetz zur Leiharbeit. Mehr Gerechtigkeit oder doch Mogelpackung? WLAN für alle. Neue Regelung für Hotspots im ganzen Land. Und Enteignung. Bauern sollen für Willen weichen. Zwei Arbeiter. Dieselbe Firma, die gleiche Tätigkeit von außen. Kein Unterschied erkennbar. Und doch trennen sie zuweilen Welten. Der eine ist fest beim Unternehmen angestellt. Der andere Leiharbeiter. Eine Konstellation, die gerade bei uns in Brandenburg häufig vorkommt. Für die Leiharbeiter bedeutete das bisher weniger Rechte und meistens auch weniger Geld. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung hat sich jetzt auf einen Gesetzentwurf verständigt. Arbeitsministerin Nahles spricht sogar vom großen Wurf. Doch ist es tatsächlich einer? Jana Wochnig. Bei Bombardier in Hennigsdorf arbeiten 2600 Beschäftigte. Ungefähr jeder Zehnte ist ein Leiharbeiter. Schulter an Schulter mit den Stammarbeitern arbeiten manche von ihnen schon Jahre hier. Sie sollen von dem neuen Gesetz profitieren. Doch der Betriebsrat hat da Zweifel. Er hinterhält aus unserer Sicht viel zu viele Schlupflöcher, die es dem Arbeitgeber wahrscheinlich auch weiterhin relativ leicht machen, Stammmitarbeiter durch Leiharbeit zu ersetzen und mit Leiharbeit einen Großteil der Arbeit auch zu erledigen. Das neue Leiharbeitsgesetz soll ab dem 1. Juli 2017 in Kraft treten. Dann dürfen Leiharbeiter nicht mehr vom Arbeitgeber als Streitbrecher eingesetzt werden. Sie dürfen nur noch maximal 18 Monate im selben Betrieb arbeiten. Und nach neun Monaten müssen die Zeitarbeiter den gleichen Lohn wie die anderen Mitarbeiter bekommen. Annalena Baerbock von den Brandenburger Grünen wird im Bundestag mit über das Gesetz entscheiden. Sie kann den großen Wurf, wie ihn die Arbeitsministerin ankündigt, nicht sehen. Dieses Gesetz löst gar keine Probleme, die wir derzeit haben. Nämlich, dass über die Leiharbeit vor allen Dingen auch Lohndumping betrieben wird. Weil eben in dem Gesetz nach wie vor vorgesehen ist, dass Leiharbeiter weniger Bezahlung bekommen können als Festangestellte. Deswegen fordern wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem 1. Tag. Grundsätzlich wird ein Gesetz zur Stärkung der Leiharbeiter begrüßt, vor allem von den Gewerkschaften. Aber die Beschränkung auf 18 Monate beschleunigt aus deren Sicht nur das Personalkarussell. Kann der Arbeitnehmer nach 18 Monaten wieder ausgetauscht werden, bedeutet das für den Arbeitnehmer wieder eine Belastung dahingehend, dass er noch mehr unter Rotation des Arbeitsplatzes leiden muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch Teams, die jemanden eingearbeitet haben, nach 18 Monaten wieder neu einarbeiten müssen. Und auch das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden. Außerdem blieben viele Schlupflöcher für die Arbeitgeber. Stichwort Tarifvertrag. Der würde das Gesetz aushebeln, warnen Betriebsräte. Das heißt, es gibt dann Gewerkschaften, Pseudo-Gewerkschaften, wie wir die christliche Gewerkschaft hatten, die dann zu Konditionen, die den Arbeitgebern sehr genehm sind, Leiharbeit anbietet. Soll das Gesetz wirklich mehr Gerechtigkeit für die Leiharbeiter bringen, muss offensichtlich noch kräftig nachgebessert werden. Wohl auch dafür geht der Gesetzentwurf jetzt ins Kabinett. Es müssen schreckliche Qualen gewesen sein für die kleine Leonie aus Lauchhammer. Nur knapp 3 Monate dauerte ihr kurzes Leben. Ihre Mutter soll sie im Sommer vor 5 Jahren zu Tode gequält haben. Seit heute steht die suchtkranke Frau deshalb vor Gericht. Warum musste Leonie sterben? Wie konnte es so weit kommen? Und wer hat alles versagt? Alles Fragen, die am Landgericht Cottbus eine Rolle spielen werden. Dort hat heute der Prozess gegen die Mutter begonnen. Anke Blumenthal berichtet. Sie hat eine persönliche Erklärung abgegeben, verlesen über den Anwalt. Jedoch hinter verschlossenen Türen. Dies hatte der Verteidiger durchsetzen können. Denn die heute 35-Jährige brauche Schutz, ebenso ihre beiden Kinder. Zum Tatzeitpunkt hatten in dem Haushalt noch ein 9- und ein 2-Jahre-alter Junge gelebt. Nach der Begründung des Anwaltes für den Antrag können Dinge zur Sprache kommen, die die minderjährigen Kinder, etwa der Angeklagten betreffen. Und das können schutzwürdige Gesichtspunkte sein, die eben dazu führen, dass gerade dieser Teil der Verhandlung nicht öffentlich abläuft. Was damals in diesem Wohnblock im Juli 2011 genau passierte, dies herauszufinden, brauchten auch die Gerichtsmediziner mehrere Jahre. Offenbar unter Alkoholeinfluss hatte die suchtkranke Frau ihr Baby schwer misshandelt, es laut Anklage auf den Boden geworfen, ihm mit Dritten schwerste Kopfverletzungen zugefügt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Damals war die Frau bereits mehrere Jahre in Betreuung des Jugendamtes. Als Unterstützer der brandenburgischen Jugendämter erarbeitet die landesweite Fachstelle Kinderschutz regelmäßig Empfehlungen. Auch zum Umgang mit suchtkranken Eltern. Bei Säuglingen gelten besonders verschärfte Auflagen. Kommen Eltern diesen auch nur einmal nicht nach, muss die sofortige Herausnahme des Kindes veranlasst werden. Vermutlich hätte genau dies passieren müssen. Wie uns die Staatsanwaltschaft Cottbus heute bestätigte, ist gegen das Jugendamt des Landkreises Oberschreverd-Lausitz nie ermittelt worden. Dennoch müssen viele Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, warum die damals stark alkoholabhängige Frau und Mutter dreier Kinder kurz nach der Entbindung wieder nach Hause geschickt wurde. Mit nur einer Familienhelferin an ihrer Seite. Die Frau hatte bereits vor der Geburt des dritten Kindes eine dicke Akte beim Jugendamt. Und auch die Kinderärzte und die Kinderkliniken Lauchhammer hatten immer wieder auf familiäre Probleme hingewiesen. Die Angeklagte lebt inzwischen in einem Heim für suchtkranke Frauen in Bayern. Die beiden heute 5- und 14-jährigen Kinder sind in Südbrandenburg geblieben. Der Prozess gegen die Mutter bleibt öffentlich, auch wenn die Verteidigung heute ankündigte, neue Anträge zu stellen. Der Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. Mit dem Urteil wird dann erst im Herbst gerechnet. Die Signale sehen gut aus. Die Koalition in Berlin hat sich tatsächlich geeinigt. Das ist eine gute Nachricht für alle, die mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Notebook auch ins Netz wollen, wenn sie nicht zu Hause sind. Die Zahl der sogenannten Hotspots dürfte stark steigen. An Hotspots kann man drahtlos ohne Mobilfunkvertrag und in vielen Fällen auch kostenlos ins Netz. Sonja Löning erklärt, warum Internet unterwegs einfacher wird. Entspannt im Café im Netz surfen, das wird in Zukunft noch einfacher. Denn in Brandenburg könnte es bald mehr offene WLAN-Hotspots geben. In Cafés, auf der Straße, überhaupt in der Öffentlichkeit. Der Grund, die Bundesregierung schafft eine umstrittene Regelung ab, die sogenannte Störerhaftung. Bislang bedeutet das, wenn ein Besucher in einem Café WLAN nutzt und dort beispielsweise illegal Filme runterlädt, haftet dafür der Café-Betreiber. Er muss auch für mögliche Gerichtskosten gerade stehen. Diese Regelung soll jetzt abgeschafft werden. Eine Erleichterung auch für viele Gastronomen. Man hört ja immer wieder dann die Geschichten oder kriegt dann auch natürlich Werbung für abmahnsicheres WLAN und so und fragt sich dann schon immer wieder, müssten wir da eigentlich was machen? Und jetzt ist es eben gut zu wissen, okay, da kann uns jetzt von der Seite eigentlich nichts mehr passieren. Die Störerhaftung galt bisher als eine der Hauptgründe, warum es in Deutschland nicht an jeder Ecke offene WLAN-Netze gibt. Das soll sich nun ändern. Das wird also jetzt eine Bremse lösen. Bin ich mir ganz sicher, dass in den Hotels, in den Ferienordnungen, in den öffentlichen Plätzen jetzt WLAN angeboten werden kann, wo bisher immer deshalb Zurückhaltung war, um keine Schuld auf sich zu laden, wenn der einer dieser Nutzer das missbraucht. In einigen Kommunen in Brandenburg wird schon offenes WLAN angeboten, zum Beispiel in Belitz. Zwei Hotspots gibt es hier. Der Bürgermeister möchte noch weiter ausbauen. Heute ist er mit einer Delegation aus Südkorea unterwegs. Auch das Internet ist Thema. Offene WLAN-Hotspots an jeder Ecke, für die Gäste aus Südkorea ist das selbstverständlich. In Brandenburg müsse man da nachlegen. Ich war vor zwei Jahren in Italien, bin in Florenz durch die Stadt gegangen und habe auf meinem Handy einen Hinweis bekommen, kostenloses WLAN steht zur Verfügung. Und das fand ich sensationell. Das habe ich in Anspruch genommen, habe mir die wichtigsten Informationen, touristisch wertvolle Informationen gezogen. Und dieses Angebot, habe ich gedacht, können wir auch für die Touristen, die in unsere Stadt kommen, anbieten. Doch ganz so einfach mit dem Ausbau wird es in Brandenburg nicht. Denn für neue WLAN-Hotspots muss das Internet überall einwandfrei laufen. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass an jedem Ort tatsächlich ein Breitbandzugang zum Internet besteht. Das ist schon ein langfristiges Ziel. Es gibt auch eine Reihe von Anstrengungen. Je schneller das umgesetzt wird, umso eher und leichter wird es auch die Möglichkeit sein, dann über solche Zugänge hinaus dann auch WLAN-Angebote zu unterbreiten. Über den baldigen Wegfall der Störerhaftung freut sich auch die Evangelische Kirche in Berlin und Brandenburg. Denn hier plant man noch in diesem Jahr ein eigenes WLAN, Godspot. Grenzenlos surfen mit Gottes Segen. Was kann da noch schiefgehen? Eigentlich nichts mehr. Damit sind wir bei den Kurzmeldungen angekommen. Ingo Bürtig. Mit einem Bündnis für gute Arbeit will die Landesregierung die Arbeitsbedingungen verbessern. Neben dem Sozial- und Wirtschaftsministerium sind daran auch Gewerkschaften beteiligt, Unternehmerverbände und die Arbeitsagentur. Das Bündnis ist laut Landesregierung notwendig geworden, um die Zukunftsprobleme auf dem Arbeitsmarkt lösen zu können. Zwar sei, so Sozialministerin Golze, die Situation auf dem Arbeitsmarkt so gut wie nie. Dennoch gäbe es im Land zu viele Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben könnten. Drei Bündnisse für den Arbeitsmarkt gibt es bereits. Das neue Bündnis für gute Arbeit soll diese vernetzen und ergänzen. Die Ziele aber sind zum Teil gleich und reichen von der Fachkräftesicherung und guter Ausbildung über gesundes Arbeiten und mehr Tarifbindung bis hin zur Arbeitsmarktintegration. Wir wollen uns mit unseren Partnern konkret absprechen. Was braucht ihr? Wo ist der größte Bedarf? Und welche Gruppen von Personen brauchen welche Unterstützung, um in gute Arbeit zu kommen? Die CDU im Landtag dagegen bemängelt, dass jeder zweite Arbeitslose noch immer langzeitarbeitslos sei. Da hätten auch die bisherigen Bündnisse nur wenig bewirkt. Gerade z.B. im Bereich der Vermittlung der Langzeitarbeitslosen ist Brandenburg besonders erfolglos. Was ich mir wünsche, ist, dass die Landesregierung ihre Maßnahmen überprüft und schaut, ob sie wirklich effizient und effektiv die Mittel einsetzt. Daran fehlt es in Brandenburg tatsächlich. So müssten laut Union Förderprogramme deutlich gezielter auf Langzeitarbeitslose eingehen. Ministerpräsident Wolzke hat die Bundesregierung aufgefordert, etwas zu unternehmen, damit die Strompreise sinken. Er hat Kanzlerin Merkel einen Brief geschrieben, der Brandenburg aktuell vorliegt. Darin kritisiert Wolzke, dass die Regionen, wo besonders viele Windkraft- und Solaranlagen stehen, die Netzentgelte zu hoch seien, weil Anlagenbetreiber Bonuszahlungen erhalten. Die, so Wolzke, sollten sofort abgeschafft werden. Das könnte den Preis um bis zu 2 Cent pro Kilowattsturte senken. Die Länderchefs beraten morgen mit der Kanzlerin über die Energiewende. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung in der Arbeitswelt? Mit dieser Frage befassen sich heute und morgen Fachleute auf einer Konferenz am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche einschließlich der Arbeitsprozesse verschärft sich die Angst, dass viele Jobs der Automatisierung zum Opfer fallen. Und Kritiker sehen darin auch die Ursache für die Zunahme von Jobs mit Niedriglöhnen. In Workshops erarbeiten die Experten Konzepte, wie mithilfe der Digitalisierung die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Ein Großbrand auf dem Gelände eines Asiamarktes in Berlin-Lichtenberg ist unter Kontrolle. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Abend, die Löscharbeiten würden noch voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Am späten Vormittag war diese Lagerhalle, die an den Markt angrenzt, im Brand geraten. Dort wurden unter anderem Chemikalien gelagert, einige hochentzündlich. Erste Messungen der Dämpfe ergaben, dass für die Anwohner keine gesundheitliche Gefahr bestand. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie lassen das Gebäude jetzt kontrolliert abbrennen. Nach ersten Erkenntnissen könnten möglicherweise Schweißarbeiten das Feuer ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. Den Blitzermarathon der Polizei, von dem haben Sie bestimmt schon mal gehört. Vielleicht gab es ja auch schon mal Post, die Sie so gerne nicht bekommen hätten. 24 Stunden wird der Jagd auf Raser gemacht und geblitzt, was das Zeug hält. Im Prinzip die gleiche Geschichte gibt es jetzt auch auf dem Wasser. Schwerpunktkontrollen der Wasserschutzpolizei. Im Visier dort auch die Raser, aber auch die Alkoholsünder. Michel Nowak hat heute eine Streife auf dem Oder-Hafel-Kanal begleitet. Das Boot der Hohensaatener Wasserschutzpolizei ist jetzt praktisch im Dauerbetrieb. 12-Stunden-Schichten schiebt die Besatzung auf Kontrollfahrten über Ostbrandenburgs Gewässer. Wir sind in Hohensaaten gestartet, fahren jetzt zu Tal in Richtung Niederfinow. Rücksichtslose Raser, alkoholisierte Freizeiträder und Freizeitkapitäne. Zu kontrollieren gibt es auf dem Wasser genug. Z.B. das Sportboot Schatzi. Unterwegs mit Urlaubern in Richtung Oder. Jetzt heißt es... Schönen guten Tag. Den Sportboot-Führerschein hätten wir gerne mal und den Nachweis über die Kennzeichnung. Wir gucken natürlich, ob da alles in Ordnung ist, dass er den dementsprechenden Sportboot-Führerschein hat. Also hier für den Binnenbereich. Ein genaues Auge haben die Polizisten auch auf die Motoren der Sportboote. In den vergangenen Monaten sind die Diebstahlzahlen sprunghaft angestiegen. Es wird auch immer wieder während der Grenzkontrollen durch die Bundespolizei Feststellungen getroffen, wo dann Fahrzeuge unterwegs sind, wo Sportmotore versteckt sind unter Sperrmüll teilweise oder anderen Dingen, die dann nach Osteuropa verbracht werden. Die Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten sind teils empfindlich gestiegen. Wer 2 kmh zu schnell ist, kann mit 35 Euro zur Kasse gebeten werden. Meist bleibt es beim Kann. Die Geschwindigkeit 9 kmh einzuhalten, ist jetzt nicht unbedingt einfach. Man fährt schon etwas zügiger. Das heißt, wenn wir zügiger sprechen von 2, 3, 4 kmh. Und da sind sie dann auch milder. Mitunter, wie einzig die Sportboot-Führer sind. Und dann sind da die großen Binnenschiffe wie die polnische Cherubin. Nur ein paar Fehler bei Bordbuch-Einträgen stellen die Polizisten fest, mehr nicht. Aber ihre Schicht geht weiter. Die Kontrollen werden noch intensiver durchgeführt als sonst bis einschließlich Pfingstmontag. Und wir wollen dadurch erreichen, dass sich diejenigen, die sich auf dem Wasser bewegen, sowohl Sportschifffahrt als auch Berufsschifffahrt, an die gesetzlichen Regelungen halten. Bedeutet auch, bis zum Pfingstmontag bleibt das Hohensaatener Wasserschutzboot im Dauereinsatz. Jetzt zu einer Geschichte, die erinnert so ein bisschen an David gegen Goliath. Auf der einen Seite die große Landeshauptstadt Potsdam mit ihrem Hunger nach Bauland für die ständige wachsende Einwohnerzahl. Auf der anderen Seite ein kleiner Familienbetrieb, der seine Äcker hergeben soll. Ganz nebenbei für einen Minipreis. Die Familie stellt sich jetzt quer. Ihr Land sei nicht zu verkaufen. Jetzt droht die Enteignung. Gabi Probst. Das ist Ernst Ruden, 78 Jahre von Beruf Bauer. Das ist Ernst Ruden, 46 Jahre von Beruf Bauer. Und auch er ist Ernst Ruden, 25 Jahre und auch von Beruf Bauer. Ihren Bauernhof bei Potsdam gibt es schon in vierter Generation. Mit einem Bauernmarkt, einem Ferienhof, Ackerflächen und artgerechter Tierhaltung. Ernst II. hat den Bauernhof kürzlich vom Ernst I. übernommen. Und Ernst III. wird diesen dann von Ernst II. übernehmen. So ist es geplant. Doch nun verfolgen sie Existenzängste. Die Stadt Potsdam will ihnen ihre Ackerflächen nehmen. Die Bauern sollen enteignet werden. Ich habe das von meinem Vater, das alte Bauernhaus, von meinem Vater geerbt, der Sohn erbt das. Das kann ich nicht verstehen. Dass man so den Landwirt an eine Ecke stellt. Ein Landwirt plant in Generationen. Und da hängt auch die Altersversorgung für uns mit dran, für meine Frau und für mich. Und darum geht es. Die Stadt Potsdam will das ehemalige Militärgelände der Krampnitz-Kaserne für den Wohnungsbau entwickeln. 118 Hektar. Doch dafür braucht sie Geld. Millionen, das sie so nicht hat. Deshalb will die Stadt nun die Ackerflächen nebenan bebauen. Und auch die der Nachbarn. Zum Beispiel die des Besitzers der Baumschule. Jürgen Kania. 63 Jahre alt. Die Baumschule ist sein Lebenswerk. Oder von Lars Kurzer. 40 Jahre Gärtner. Auch er hat den Betrieb seines Vaters übernommen. Und von Helmut Pschukupanski. Fast 90 Jahre alt. Das Land ernährt die Familie seit Jahrzehnten. Dass aus ihrem Ackerland nun Bauland werden soll, davon erfuhren alle erst aus der Zeitung. Für sie skandalös. Jetzt klagen sie gemeinsam vor dem Oberverwaltungsgericht gegen die Pläne der Stadt. Insgesamt besitzen sie 11,4 Hektar. Die Stadt will schicke Villen für Besserverdienende dort bauen. Es ginge um die Gesamtentwicklung des Standortes, sagt die Stadt. Die Bauern sagen aber. Es geht eigentlich nur ums Geld, wenn man es genau betrachtet. Und dass man mit der schnellen Erschließung dieser Flächen das Gesamtprojekt finanzieren kann. Für die Bauern ist klar, dass man sie mit billigem Geld abspeisen will, um dann später das Land teuer zu verkaufen. Uns will man 39 Cent geben und sie möchten das für 214 bis 230 schöne Aussicht wieder weiter veräußern. So viel ist Bauland dort heute wert. Die Stadt will dagegen nur den Verkehrswert für Ackerland bezahlen, den sogenannten Anfangswert. Die Bauern errechneten einen Gewinn von rund 6,8 Millionen Euro für die Stadt aus. Also mich regt richtig auf, dass wir hier eine Fläche von 120 Hektar haben, die völlig ausreichend wäre für sozialen Wohnungsbau, wo man sagt, da ist wirklich genug Platz. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine kleine Fläche, wo unsere Existenzen auf dem Spiel stehen, nur für Willen und für besserverdienende Menschen. Und dafür das alles aufzugeben, leuchtet uns eigentlich allen nicht ein. Lukrativ sind die Flächen der Bauern, weil der sogenannte Aasberg in der Mitte den Blick auf zwei Seen ermöglicht. Die Stadt bestätigt uns sogar die Vermutung der Bauern, es werden, Zitat, alle infrastrukturellen Maßnahmen durch die Wertsteigerung der Grundstücke finanziert. Nach dem Gesetz darf die Stadt die Bauern enteignen, wenn das Gemeinwohl die städtebauliche Maßnahme erfordert. Doch die Rechtsprechung sagt auch, dass die Finanzierung durch die Bodenwertsteigerung nicht der alleinige Grund für die Enteignung sein darf. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, wird das Gericht demnächst klären. Die Abgeordnete Ludwig ärgert, dass die Bauern unter Druck gesetzt werden, denn die Äcker liegen im Landschaftsschutzgebiet. Und ob das überhaupt umgewandelt werden darf, ist nicht klar. Ich sehe hier wirklich einen Machtmissbrauch gegenüber dem einzelnen Bürger. Ob das so ist und ob Ernst der Dritte den Bauernhof weiterführen kann, hängt wohl nun von der Gerichtsentscheidung ab. Ja, und Ersatzflächen hat die Stadt bisher übrigens nicht angeboten. Das käme für die Bauern wohl auch nicht in Frage, weil ihnen dann die Infrastruktur fehlt. Jetzt noch einmal Kurzmeldungen. Ingo übernimmt wieder. Dreieinhalb Jahre nach dem spektakulären Diebstahl von drei Leichenwagen in Hoppegarten ist der Haupttäter jetzt rechtskräftig verurteilt worden. Der Mann war wegen einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren in Berufung gegangen. Die aber wurde jetzt vom Berufungsgericht im westpolnischen Posen bestätigt. Im Oktober 2012 hatten vier Männer aus Polen in Hoppegarten drei Transporter gestohlen. Diese gehörten einem Bestatter und hatten zwölf Särge mit Leichen geladen. Erst als die Täter die Fahrzeuge in Polen öffneten, stellten sie fest, was sie da gestohlen hatten. Acht Tage nach der Tat tauchten die Särge dann samt der Leichen in einem Waldstück östlich von Posen wieder auf. Während die vier Diebe schnell gefasst werden konnten, wurde der Haupttäter erst 2014 in Schweden verhaftet. Bei einer großflächigen Schädlingsbekämpfung in der Nähe von Pritzweig hat es einen Vorfall gegeben. Versehentlich wurden zwei Schüler mit dem Insektizid Diepil S. besprüht. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Prignitz bestätigt. Das Insektizid war von einem Hubschrauber aus verteilt worden, um die Raupen des Eichenprozessionsspinners abzutöten. Die Pils wirkt leicht ätzend, wird aber vor dem Einsatz stark mit Wasser verdünnt. Laut Experten soll es für Menschen deshalb nicht gesundheitsschädlich sein. Was heißt Ja auf Arabisch oder bitte auf Serbisch? Der kleine Sprachkurs am Kuchenbuffet war nur eine Art, sich beim Stadtpicknick in Forst näher zu kommen. Etwa 300 Gäste, darunter auch aus Afghanistan, Iran und Syrien, trafen sich an der Forster Stadtkirche. Das interkulturelle Picknick fand zum zweiten Mal statt, diesmal mit deutschen Speisen. Organisiert von Vereinen der Stadtkirchgemeinde und dem Flüchtlingsnetzwerk. Die Intendantin des RBB Dagmar Reim wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet mit der Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes. Zur Begründung heißt es, Reim habe als erste Frau an der Spitze eines öffentlich-rechtlichen Senders gestanden und sich in dieser Funktion für mehr Frauen in Führungspositionen eingesetzt. Die Urkunde wird am 4. Juni bei der Tagung des Journalistinnenbundes überreicht. Sabine Kunst hat ihr Amt als neue Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität angetreten. Die frühere brandenburgische Wissenschaftsministerin wird Nachfolgerin von Jan-Hendrik Olberts. Kunst möchte besonders die Betreuung der mehr als 30.000 Studenten an der Uni verbessern und mehr Dozentenstellen schaffen. Heute Abend gewährt Manfred Stolpe tiefe Einblicke in sein Leben hier im RBB Fernsehen. Ein Zeitzeugendokument in 60 Minuten. Am Montag wird der ehemalige Ministerpräsident 80 Jahre alt. So ein ausführliches Gespräch mit Stolpe gab es bisher noch nicht. Dabei überrascht Stolpe auch mit so manchem Satz. Hier schon mal vorab einige Eindrücke von Hanno Christ. Also was mich damals erschüttert hat und mich auch heute noch betrifft und unruhig macht, ist das Unvermögen von Leuten, die in einem anderen System groß geworden sind, zu begreifen, wie funktionierte eigentlich diese DDR. Der Förster, das hätte ich gerne gemacht. Gar nicht erkennen lassen, dass man krank ist. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie mir das nie verzeihen würde. Ist das schlimm, weiß ich nicht, als zu sagen? Manfred Stolpe ganz persönlich im Gespräch daheim mit dem RBB. Über Krieg, Macht und Versuchung, Streit und Versöhnung und seine frühe Vision von Brandenburg. Man muss über Brandenburg reden. Das ist ein jahrhundertaltes, mindestens 800 Jahre altes Land. Und da können wir stolz drauf sein. Ich wollte damit nicht die Bezirke abschaffen. Ich wollte nicht die DDR abschaffen in dem Augenblick. Ich wollte, dass dieses Erbe, auf das man stolz sein kann, nicht verloren geht, nicht vergessen wird. Es ist das bislang umfassendste Fernsehgespräch über sein Leben, eine Zeitreise, die bewusst nur Stolpe vor der Kamera zeigt. So entsteht eine Nahaufnahme, angereichert mit Bildern aus Stolpes Privatarchiv, von einem Politikerleben, das der Krebs entscheidend verändert hat. Die Korrespondenz, die ich führe, ist überwiegend eine beratende, ich sage mal ganz behutsam tröstende, im Blick auf Gesundheit. Das sind die wirklich existenziellen Fragen. Und manches, was man in der Politik machen musste und gemacht hat, wirkt dagegen ein bisschen wie Alotria. Acht Jahrzehnte in 60 Minuten, Stolpe pur. Das ganze Gespräch läuft heute Abend hier bei uns im rbb Fernsehen. 22.15 Uhr, Manfred Stolpe von Pommern nach Potsdam. 80 Jahre in 60 Minuten, es lohnt sich wirklich. Das war heute mal wieder ein Wetter, ganz nach unserem Geschmack. Sonne satt. Ob das auch bis Pfingsten so bleibt, das erfahren wir jetzt von Joana Jambor. Wie Sonnenlicht aussieht, können wir ja in diesen Tagen ganz wunderbar sehen. Aber wie schmeckt Sonnenlicht? Wir machen diesen Versuch heute im Extavium in Potsdam, im Mitmachmuseum nämlich. Und wenn ich mir das angucke, dann ahne ich, was auf uns zukommt. Im Extavium wird gerätselt, wie schmeckt die Sonne? So? Oh, Salz! Oder vielleicht so? Die Kinder haben da ihre ganz eigenen Theorien. Anrede, wie würde denn Sonnenlicht schmecken, wenn es einen Geschmack hätte? Also ich glaube süß. Süß? Ja. Wie was denn süß? Also Zucker oder so wie Äpfel oder weiß ich nicht, sowas. Ich würde sagen so sehr süß, wie Mango, würde ich sagen. Wie waren die letzten Tage für euch bei dem Wetter? Richtig angenehm. T-Shirt, kurze Hose. Wie schmeckt schlecht das Wetter? Langweilig. Kann man nichts machen. Setz man drüben rum. Ich würde sagen so Fisch, aber sogar kochter Fisch und ja, versalzen mit trockenen Kartoffeln. Alles klar, schlechtes Wetter schmeckt wie versalzender Fisch mit trockenen Kartoffeln. Schauen wir zuerst auf die Nacht. Die bleibt trocken bei 10 Grad in der Lausitz und maximal 13 im Raum Potsdam. Morgen kann es Gewitter und Regen im Norden geben. Es wird wieder warm bis zu 27 Grad. Die Waldbrandgefahr bleibt. Sie können jetzt mal spontan reingreifen. Ich glaube, das war das schlechte Wetter. Das ist das schlechte Wetter? Wir werden es ja jetzt gleich an der Mine sehen. Was ist das? Das ist die Zitronensäure. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so Gedanken gemacht, wie Sonnenlicht schmeckt. Wie kommt man auf sowas? Also das ist überhaupt die Frage, dass sich nämlich viele die Fragen nicht so stellen. Wenn man das erst mal tut, wird es dann plötzlich interessant. Und wir fanden, dass Kinder natürlich eine persönliche Beziehung zu Sonne haben. Jedes Kind fühlt sich ja wohl in Sonne. Sonnenlicht schmeckt eben süß, weil durch Sonnenlicht Zucker entsteht. Das ist ja das, was eigentlich als Antwort dahinter steckt. Und wir essen ja Pflanzen, weil wir diesen Zucker brauchen. Das ist praktisch Sonnenlicht in Krümeln hier. Sonnenlicht in Krümeln. Nehmen Sie ein bisschen Zucker, dann haben Sie Sonnenlicht in Krümeln auch für die nächsten Tage. Den brauchen wir, denn an Pfingsten zeigt uns das Wetter die kalte Schulter. Sonntag nur noch 15 Grad und regnerisch. Vielleicht genießen Sie jetzt auch noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages quasi zum Abendbrot. Also kosten Sie sie aus. Ja Mensch, Johanna, was sind denn das für Pfingstaussichten? Trotzdem danke. Eines vergessen wir auch heute nicht, unser Zuschauerfoto heute von Marcel Halbing aus Königswesterhausen. Wie heißt es so schön? Brandenburg, Land der Seen und Erlehen. Ganz herzlichen Dank. Das war es von uns für heute. Hier wie immer die Tagesschau und danach empfehlen wir die ABB-Praxis. Da geht es heute um Transplantation von Organen. Ja, Herbibi aktuell um 21.45 Uhr. Morgen erwartet Sie hier an dieser Stelle Andrina Pfannahme, an Ihrer Seite dann Ingo Bötig. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Tschüss. Bis morgen. Rund 200 Bundespolizisten durchsuchten Flüchtlingsunterkünfte in Löbau, Chemnitz, Dresden und Leipzig und nahmen sieben Männer fest. Schlag gegen Kriminalität. Polizei hebelt Diebesbande aus. Aus für Spaßbad. Oschatzer Platsch wird zurückgebaut mit Folgen für die Arbeitsplätze. Und Traum aus Eis. Eisschnelllauf-Legende Andrea Erich auf dem Baikalsee in Sibirien. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Fast 200 Einsatzkräfte, teils schwer bewaffnet, waren gleichzeitig im Einsatz bei einer Razzia in gleich mehreren sächsischen Asylunterkünften in Dresden, in Chemnitz, Leipzig und auch in Löbau. Im Fokus der Beamten eine georgische Diebesbande, die die Polizei wohl schon seit mehreren Monaten im Visier hat. Haftrichtervorführung in Dresden. Der Bundespolizei ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Monatelang hatten die Fahnder eine georgische Bande im Visier. Einer der Täter konnte in Chemnitz auf frischer Tat geschnappt werden. Er war in einem Sportgeschäft auf Diebestour. Unsere Ermittlungen haben sich gegen insgesamt sieben Personen erstreckt. Diese Personen sind zum Teil gestern und der letzte heute festgenommen worden. Die Asylunterkunft Löbau gestern Nachmittag. Schwer bewaffnete Bundespolizisten sind angerückt, mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche. Hier können die Beamten einen Teil des Diebesgutes sicherstellen. Andere Beweismittel finden sie in einer Asylunterkunft in Chemnitz. Insgesamt zehn Wohnungen und Zimmer haben die Bundespolizisten sachsenweit durchsucht. Allerdings kann man nicht sagen, dass es ein Objekt gab, was als großes Lager agiert hat, sondern auf alle Objekte sind entsprechende Diebeswahn verteilt gewesen. Die Asylbewerber im Alter zwischen 29 und 49 Jahren hatten es vor allem auf Drogeriemärkte abgesehen. 15 Anzeigen konnten der organisierten Bande inzwischen zugeordnet werden. Die verdeckten Ermittlungen begannen im September vergangenen Jahres im Dresdner Hauptbahnhof. Weil hier Kindernahrung im großen Stil geklaut wurde, hatte die Bundespolizei die Soko China gegründet. Die Hintergründe, warum diese georgische Bande die Diebstähle begeht, sind gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen. Zum einen gehen wir davon aus, dass sie möglicherweise ihren Drogenkonsum damit finanziert haben. Darüber hinaus kann es aber natürlich sein, dass weitergreifende Strukturen hinter dieser Bande stecken. Auf ein größeres Netzwerk deuten vier georgische Pässe hin, die bei der Razzia gefunden wurden. Diese konnten bisher noch keinem Personen zugeordnet werden. Seit Jahren schon versuchen Ermittler und Gerichte, die Taten des NSU aufzuklären. Warum zum Beispiel konnte das Trio Mundlos-Bönhardt-Schäpe so lange unbehelligt im Untergrund leben? Und wer hat die drei unterstützt? Viele Fragen sind da noch immer unbeantwortet. Auch weil offenbar mehrere Ermittlungsakten geschreddert und Daten gelöscht wurden. Und jetzt gibt es wieder so einen Fall. Der NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin wollte Akten der Staatsanwaltschaft Chemnitz einsehen. Doch diese Akten gibt es nicht mehr. In diesem Haus in der Chemnitzer Innenstadt war früher die Staatsanwaltschaft untergebracht. Die Behörde zog 2008 an einen neuen Standort um, das Archiv im Keller aber blieb. Beim Hochwasser 2010 wurde dieser Keller überflutet. 1,20 Meter hoch stand das Wasser in den Archivräumen und richtete gravierende Schäden an, so die Staatsanwaltschaft. Also es befanden sich eine Vielzahl von Akten in der Annenberger Straße. Und man konnte, als das Hochwasser kam, die Akten nicht mehr einzeln aussortieren oder retten. Und die Räume auch erst wieder betreten, als das Hochwasser dann abgeflossen war. Mit dabei war offenbar auch eine Akte, für die sich der NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin interessiert. Eine Akte über den Neonazi und ehemaligen Verfassungsschutz-V-Mann Primus, alias Ralf Marschner. In dessen Abrissfirma soll das untergetauchte NSU-Mitglied Uwe Mundlos gearbeitet haben und möglicherweise auch Beate Zschäpe. Dass diese Akte jetzt, wie schon andere zuvor, für den Untersuchungsausschuss nicht mehr greifbar ist, finden einige Abgeordnete mysteriös. Das wirft natürlich für uns verschiedene Fragen auf. Wir möchten zum einen wissen, können die Akten denn überhaupt noch rekonstruiert werden? Weil wir sind natürlich an den Inhalten dieser Akte oder dieser Akten interessiert. Und ja, und es ist natürlich die Frage, sind die Akten tatsächlich auf diese Art und Weise vernichtet worden? Ist da vielleicht noch mehr zu befürchten? Am Donnerstag befragt der NSU-Untersuchungsausschuss Zeugen aus Sachsen. Dann dürfte auch die Aktenproblematik noch einmal zur Sprache kommen. Nach der Wende sind sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. In nahezu jeder Ecke des Freistaats wurde damals ein Spaßbad gebaut. In manchen Regionen sogar mehrere, meist finanziert durch Fördermittel. Doch dann war irgendwann vielerorts der Spaß vorbei. Betreiber gingen finanziell baden. Einige Bäder wie in Seifen oder in Aardorf mussten dicht machen. Das Bad in Thalheim zum Beispiel wurde umfunktioniert zu einer Flüchtlingsunterkunft. Und in Oschatz versucht man es nun mit einem Rückbau. Ein Sonnenbad im glitzernden Sohlebad. Die Besucher genießen dieses Wellnesserlebnis in vollen Zügen. Doch ab September wird hier nicht mehr geplanscht. Dieses Sohle-Außenbecken soll wegkommen und auch die Rutschenanlage. Im Übrigen noch Wasserflächen innerhalb der Halle. Außerdem die gesamte Gastronomie. Nur die Sauna darf bleiben. Es fällt dem Geschäftsführer Jörg Bringewald nicht leicht, es auszusprechen. Aber es war einfach unausweichlich. Das Spaßbad in Oschatz, schon seit Jahren hält es sich nur knapp über Wasser. Wir haben dieses Bad seit 18 Jahren in Betrieb. Wir haben jedes Jahr zwischen 800 und 880.000 Euro Zuschuss bereitstellen müssen. Das haben wir auch immer geschafft. Und auch über die 18 Jahre stabil halten können. Aber die Stadt kann diesen Zuschuss nicht mehr aufbringen. Und die Prognosen für die nächsten 4, 5 Jahre, Solidarpakt als Stichwort, gehen nach unten. Wir können das Bad so nicht mehr finanzieren. Dabei hatte man bei der Eröffnung 1998 solche Hoffnungen in das Platsch gesetzt. Es sollte die Attraktivität der Stadt steigern. Doch es kamen viel zu wenige Besucher. Jörg Bringewald, gleichzeitig stellvertretender Bürgermeister der Stadt, muss nun zwei Drittel seiner 61 Mitarbeiter entlassen. Das waren 42 Festangestellte und 19 Aushilfen. Und unsere Planungen sehen so aus, dass wir die Aushilfen komplett freistellen. Und von der Stammbelegschaft sollen 24 am Ende des Tages bleiben. Für Abfindungszahlungen stellt die Stadt 80.000 Euro zur Verfügung. Wir brauchen aber insgesamt 322.000 Euro. Und das ist nur das Minimum, nämlich ein halbes Bruttolohn pro Beschäftigungsjahr der sehweichen Beschäftigten. Und da sieht man natürlich noch ein ganzes Stück auseinander. Und da muss sich die Stadt noch was einfallen lassen. Das Platsch soll sich gesund schrumpfen, damit die Urschatzer hier wenigstens weiter ihre Bahnen ziehen können. Von der Ems an die Elbe, von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Vom Münsterländer Platt umschalten auf sächsische Mundart. Das alles steht diesem Mann hier bevor. Heinrich Timmer-Evers, noch Weihbischof in Münster. Schon bald aber wird er die Katholiken in Sachsen anführen, als Bischof des Bistum Dresden-Meißen. Und auch wenn er erst Ende August offiziell in sein neues Amt eingeführt wird, ist er diese Tage schon mal zu Gast in Sachsen bei seinem Antrittsbesuch. Das hätte er sich nicht träumen lassen, dass er sich einmal als Einwohner in Dresden anmelden wird. Sachsen kennt der noch Münsteraner Weihbischof Heinrich Timmer-Evers bislang nur von Touristenreisen. Ich musste sozusagen meine Wurzeln herausreißen aus dem heimatlichen Boden und hier neu pflanzen. Und also die innere Gewissheit, dass ich hierhin gerufen wurde, im Letzten auch hingerufen worden bin durch den Anruf Gottes, das hat mir den Frieden gegeben. Heinrich Timmer-Evers, geboren in Niedersachsen als zweites von sechs Kindern, die Eltern in der Landwirtschaft tätig. Timmer-Evers wuchs in einem katholischen Umfeld auf, studierte Theologie in Münster und Freiburg. Am 29. April wurde er von Papst Franziskus zum künftigen Bischof des Bistums Dresden-Meißen ernannt. Sieben Monate war der Bischofstuhl leer geblieben. Bischof Heiner Koch war nach nur zweieinhalb Jahren im September vergangenen Jahres einem Ruf nach Berlin gefolgt. Wie lange hat Heinrich Timmer-Evers als Bischof vorzubleiben? Ich komme nicht als Praktikant. Ich war bisher in den Stellen, die ich wahrgenommen habe, sowohl als Pfarrer war ich elf Jahre, jetzt war ich 15 Jahre an der Stelle in Vechta. Und ich denke, das ist für mich jetzt die Stelle, von der ich mich dann in den Ruhestand verabschieden werde. Aber das ist noch weit weg. Gefragt nach seinen Erwartungen antwortet er nur, er werde zunächst sehr viel lernen müssen, zuhören und beobachten im neuen Bistum, in dem 4% der Bevölkerung katholisch ist. Beim Deutschen Katholikentag Ende Mai in Leipzig ist der 63-Jährige noch geladener Teilnehmer. Seine Bischofsweihe in der Hofkirche ist erst am 27. August. Zuhause im Heimatland arbeiten, wohnen wiederum drüben beim Nachbarn. So in etwa sieht das Modell aus, für das derzeit zwei Städte im Dreiländereck werben. Wir haben ja schon mal berichtet über den stellvertretenden Oberbürgermeister von Lieberetz, der zwei Wochen lang auf Probe auf der anderen Seite der Grenze, nämlich in Zittau, gelebt hat. Und seit heute nun läuft der zweite Teil dieses Selbstversuchs. Diesmal zieht der Zittauer OB zum Schnupperwohnen rüber nach Lieberetz. Ein Lieberitzer Einwohner auf Zeit, stellt sich der tschechischen Presse vor. Zwei Wochen lang will Zittaus Stadtoberhaupt Thomas Zenker herausfinden, wie die Nachbarstadt so tickt. Darum will er tags seine Arbeit in Zittau erledigen und sich abends mit seinen Kollegen aus dem Lieberitzer Rathaus treffen. Ich erwarte vor allem, dass wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, wovor wir sonst keine Zeit haben. Das heißt, Dinge auszutauschen, auf die man nicht so schnell kommt, die man also wirklich erleben muss, um die Fragen überhaupt entwickeln zu können. Lieberetz boomt. Insbesondere die Automobilbranche sorgt für neue Arbeitsplätze, aber auch für Wohnungsknappheit. So entwickelte die Lieberitzer Stadtverwaltung gemeinsam mit Zittau ein EU-Projekt. Nach den Worten von Jan Koritscha, dem Vizestadtoberhaupt von Lieberitz, geht es dabei um die Sanierung leerstehender Wohnungen in Zittau für zahlungskräftige tschechische Bürger. Vorteil für Zittau, sanierte Häuser, mehr Steuereinnahmen für kommunale Investitionen und mehr Kaufkraft. Im deutsch-tschechischen Ballungsraum Zittau-Lieberitz leben insgesamt rund 150.000 Menschen, verbunden durch eine Bahnstrecke, die seit Jahren Probleme bereitet. Die Züge rumpeln hier über nahezu schrottreife Gleise. Daher haben beide Stadtverwaltungen einen dringenden Wunsch, so Zittaus Oberbürgermeister. Dass nicht der Zug, der ziemlich modern ist, auf dieser Strecke nahezu mit Schrittgeschwindigkeit dadurch schleicht. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Gemeinsam mit dem Lieberitzer Vizestadtschef Jan Koritasch will Thomas Zenker einen wirtschaftlich starken Ballungsraum entwickeln. Heute Abend wird es sehr spät und dann bin ich froh, wenn ich Herrn Koritasch noch treffen kann und auf einfach ein Bier den Abend die Woche beginne. Während seiner Zeit in Lieberitz wird der Zittauer Oberbürgermeister nah am dortigen Rathaus in einem Hotel wohnen. Mehr Windenergie gefordert. Sachsens Windenergiebranche hat vor der Staatskanzlei gegen die geplante Drosselung des Anlagenbaus demonstriert. Damit nahm sie an einem bundesweiten Aktionstag teil. Anlass sind Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, den Ausbau erneuerbarer Energieträger zu begrenzen. Gehältervergleich möglich. Seit heute stehen auch für Sachsen die Löhne und Gehälter für hunderte von Berufen online zur Verfügung. Grundlage ist der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Damit können Vollzeitgehälter mit anderen Bundesländern nach Altersgruppen oder Geschlecht verglichen werden. Prüfungsbögen gestohlen. In einer Dresdner Oberschule ist der Tresor mit den Fragebögen der Abschlussprüfungen entwendet worden. Die Prüfungen für die rund 17.200 Oberschüler in Sachsen können trotzdem wie geplant stattfinden. Das Kultusministerium hat Ersatzaufgaben an die Schulen weitergeleitet. 14 Grad, 9 Stunden Sonne und ein paar kräftige Windböen. So war heute das Wetter auf dem Fichtelberg zuverlässig aufgezeichnet von der dortigen Wetterwarte. Heute, genauso wie vor 100 Jahren, so lange nämlich existiert diese Wetterwarte bereits, hat in all den Jahren so ziemlich jedes Wetterphänomen miterlebt. Und seit heute nun wird dieses große Jubiläum 100 Jahre Wetterwarte gefeiert. Seit 37 Jahren lebt und arbeitet Gerd Franze auf Sachsens höchstem Gipfel. Er ist der Wetterfrosch vom Fichtelberg. Misst Niederschlag und Sonnenstrahlung, beobachtet die Form der Wolken. Die Wetterwarte in 1.200 Meter Höhe ist Wohnung und Arbeitsstätte zugleich. Man muss schon was auffassen, dass man auch im Privatbereich dann nicht immer im Dienst ist. Die Station ist rund um die Uhr besetzt. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Alle halben Stunden werden die aktuellen Daten per Computer an den Deutschen Wetterdienst geschickt. Vor 100 Jahren wurde alles noch fein säuberlich, per Hand ins Buch eingetragen. Hier habe ich mal das Buch von der ersten Eintragung, der ersten offiziellen Eintragung hier vom Fichtelberg, vom 1. Januar 1916. Wir hatten da minus 1 Grad an dem frühen Thermometer. Mittags hatten wir dann 0 Grad. Und abends auch nochmal 0 Grad. Exakt. Exakt festgehalten werden seitdem die Wetterdaten auf dem Fichtelberg. Mit 3,35 m lag der Schnee hier oben 1944 am höchsten. Der früheste Schnee fiel im September 2007. Den meisten Niederschlag gab es 1922, den stärksten Wind 1976. Am kältesten war es mit minus 30 Grad. Im Februar 1956, da war Brigitte Roscher 5 Jahre alt. 1950 kam sie in der Wetterwarte zur Welt und hat 20 Jahre dort gelebt. Der Fichtelberg ist ein Stolz, dass man dort oben gelebt hat, dort oben geboren ist. Und das erfüllt einen schon mit Stolz. Und da ist mir auch ein bisschen was Besonderes. Etwas Besonderes ist auch Gerd Franze. Noch, denn er ist einer der Letzten, die von Hand die Daten erfassen. Künftig soll hier alles voll elektronisch gehen. Und so genießt er die letzten Berufsjahre und macht oft sogar in der Freizeit das, was er ohnehin den ganzen Tag lang macht. Gucken, wie es so ist, das Wetter auf dem Fichtelberg. Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge seit Wochen zurückgeht. Eine Herausforderung wird uns wohl noch auf Jahre hin beschäftigen. Nämlich, wie die vielen Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen hier bei uns integriert werden können. Schafft Sachsen das? Diese Frage stellen wir jeden Dienstag hier im Sachsen-Spiegel. Und dabei beschäftigen wir uns heute mit einem Aspekt, der, wenn es um die Integration von Flüchtlingen geht, als besonders problematisch angesehen wird. Nämlich das Frauenbild innerhalb der islamisch geprägten Welt. Muslimische Frauen gehören in Sachsen noch lange nicht zum Alltag. Aber die Vorstellungen davon, wie sie sind und leben, scheinen bereits feste Formen angenommen zu haben. Die Frau ist patent, die hat nichts zu sagen. Es war auch in der Türkei früher so. Die wird geschlagen, wenn sie nicht spurt oder was. Die hat sich zu verhüllen und alles. Und das ist nicht normal. Sie wissen, dass ja selbst, dass die Frauen dort unterdrückt sind. Und dass sich das auch nie ändern wird. Ein sehr konservatives Frauenbild, denke ich mal. So was, was das hier in Deutschland oder in Europa schon seit zumindest ungefähr 100 Jahren schon nicht mehr so gibt und gelebt wird. In Leipzig kümmert sich der Verein Internationale Frauen seit 2006 um Migrantinnen. Wir haben damals festgestellt, dass speziell auch hier im Leipziger Osten sehr viele sehr hochqualifizierte Frauen hergezogen sind. Und da haben wir gesagt, Mensch, denen müsste man eigentlich irgendwie ein Forum bieten, weil die Männer, die konnten häufig rausgehen und sind in irgendwelche Cafés, haben sich getroffen, aber die Frauen waren meistens zu Hause. Aber längst nicht alle Frauen, die Kopftuch oder Schleier tragen, geben sich mit einem lebenslangen Hausfrauen-Dasein zufrieden. Dr. Negla Osman hat an der TU Dresden im Fach Erwachsenenbildung promoviert. Sie stammt aus dem Sudan. Bei mir in der Familie, wir sind acht Geschwister, sieben, ein Junge und sieben Mädchen. Und ja, nur drei haben Kopftusche und die anderen nicht. Niemand sagt, nein, du musst das machen oder du musst das nicht machen. Salma Ahmed stammt aus einer weltoffenen ägyptischen Familie. Sie ist durch ein Stipendium nach Dresden ans DFG-Forschungszentrum für regenerative Therapien gekommen. Den Schleier trägt sie mit Stolz. Sie will jedermann zeigen, dass man auch als Muslimin selbstbestimmt leben kann. In Ägypten finden sie einen modernen Islam, nicht so extrem wie in Pakistan oder Afghanistan. Aber wenn sie ein Beispiel für eine Frau finden, die von ihrem Mann geschlagen oder nicht aus dem Haus gelassen wird, hat das nichts mit dem Islam zu tun, sondern mit ihrem Ehemann, der einfach Macht ausüben will und das im Namen des Islam macht. Der Islam. Welcher Islam? Das fragt sich auch die gebürtige Türkin Lala Agün. Sie lebt seit 1962 in Deutschland, saß sieben Jahre für die SPD im Bundestag und ist Autorin des Buches Aufstand der Kopftuchmädchen. Der politische Islam hat sich die Frau ausgesucht, um sich selbst darzustellen. Die Frau wird zum Leitbild des konservativen politischen Islam. Interessanterweise sind ja diese orthodoxen Muslime, die ihr Leben nach dem Vorbild des Propheten ausrichten wollen, was Technik und Fortschritt angeht, sehr weltoffen. Also sie fahren Autos, sie haben natürlich Smartphones, sie haben Computer, aber das Familienbild, das Frauenbild ist natürlich erzkonservativ und bringt die Leute dazu auch, sich abzukapseln. Weltoffen, aufgeschlossen, tolerant? So wollen reformorientierte moderne Muslime ihren Glauben leben. Doch sie fühlen sich von den in Deutschland aktiven Islamverbänden nicht repräsentiert. Wenn sie in die Moschee gehen und hören vom Imam, wie eine saubere Frau, eine muslimische Frau sich benehmen muss, wie sie zu sein hat, dann sind das die Kräfte, die die Frauen in diesem System halten wollen. Diese Moscheevereine sichern sich ihren Nachwuchs, ihr Überleben, indem sie Frauen eben raushalten aus dem normalen gesellschaftlichen Leben. Der muslimische Mann als Despot, so empfinden das hier viele und betrachten ihn gleich als Gefahr. Was uns Angst macht, ist, es kommen sehr viele Männer nur. Wir gehen davon aus, die sollen doch lieber ihr Land wieder aufbauen und dort ein bisschen alle unterstützen. Und hier weiß ich nicht, also die Frau hat schon Angst hier. Ich habe auch Angst, hier abends zu gehen. Ich komme mit dem Auto, ich habe kein Problem. Aber ich glaube, wenn du zu Fuß gehst oder so, also ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Abends, wenn es zämmert, lässt mich auch mein Mann nicht mehr alleine rausgehen. Aber sind denn tatsächlich für Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen hauptsächlich Ausländer verantwortlich? Die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr weist 1.992 Anzeigen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus. 1.487 Tatverdächtige wurden ermittelt, davon waren 165 nicht deutsch. Das sind 11,1%. Im Umkehrschluss bedeutet das, für 88,9% der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen kamen Deutsche in Frage. Nachgefragt bei der auf Gewalt gegen Frauen spezialisierten Beratungsstelle in Leipzig. Melden sich hier vermehrt Frauen, weil sie von Ausländern bedrängt wurden? Können wir aus der Beratungsstelle her mit Bestimmtheit ablehnen, dass wir vermehrte Meldungen hier in der Beratungsstelle haben? Es hat vermehrte Meldungen in der Presse gegeben. Trotzdem, auf einmal gibt es spezielle Frauenabteile in Regionalzügen. Sie sollen allerdings kein Affront gegen Ausländer sein, sondern generell Frauen ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Die Erläuterung der Baderegeln in öffentlichen Schwimmbädern hingegen richtet sich eindeutig an nicht-deutsche Nutzer. Es hat in der einen oder anderen Situation doch mitunter Probleme gegeben, dadurch, dass die Migranten nicht immer wissen, wie verhält man sich in Hallenbädern oder in Freibädern. Allgemeine Verhaltensregeln durch einfache bildliche Darstellung auch für Analphabeten verständlich, das ist das eine. Andererseits wird hier auch noch einmal unmissverständlich darauf hingewiesen, was man mit seinen Händen machen darf und was nicht. Die Übergriffe, wir hatten insgesamt drei in diesem Jahr, sind vielleicht teilweise auch ein bisschen sehr hochgespielt worden. Man muss ja immer auch die Grenze ziehen, wo geht eine sexuelle Belästigung los und wo ist es vielleicht nur einmal ein unabsichtliches Streifen einer Person, was ja in einem Bad immer wieder passieren kann. Die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht haben Vorurteile gegen muslimische Männer genährt. Den vielfältigen Angeboten zur Integration hat das allerdings keinen Abbruch getan. Und bei vielen Menschen, die haupt- und ehrenamtlich Migranten betreuen, ist die Erkenntnis gereift, dass den Frauen ein besonderes Augenmerk gelten muss. Meine Hoffnung ist natürlich, dass viele junge Frauen sich anders entwickeln werden, als es vorher der Fall war. Denn die Gesellschaft gibt natürlich ein wichtiges Vorbild. Also wenn Sie in Deutschland leben und haben ganz viele Gleichaltrige, die alle selbstbestimmt leben wollen, dann wollen Sie als junge Frau auch selbstbestimmt leben. Zu diesem Thema haben wir auch im Internet jede Menge Informationen für Sie vorbereitet. Und zwar in einer Multimedia-Reportage, in der die Frauen aus unserem Beitrag noch mal ausführlicher zu Wort kommen und weitere Einblicke in ihre Lebenswirklichkeit geben. Nach dem Aufstiegsjubel vom Wochenende steht für die Fußballer von Erzgebirge Auer heute gleich das nächste Highlight an. Und zwar das Finale des Sachsen-Pokals, in dem die Feilchen auf einen Erzrivalen treffen, nämlich den FSV Zwickau, immerhin aktueller Tabellenführer in der Regionalliga. Die Partie, die begann etwas später als geplant, weil nämlich Pyrus gezündet und aufs Spielfeld geworfen wurden. Jetzt läuft die Partie seit einer guten Viertelstunde. Viel ist da nicht in der Anfangsphase passiert. Weder Aue noch Zwickau hatten eine klare Torchance. Aktueller Spielstand also 0 zu 0. Und beide Teams, sowohl Zwickau als auch Aue, sind ja bereits qualifiziert für den DFB-Pokal. Deshalb die Frage an Sven Böttger im Erzgebirgsstadion, wie ernst werden, nehmen denn beide Mannschaften dieses Spiel? Ja, also beide Mannschaften wollen natürlich heute Abend dieses Prestigeduell für sich entscheiden, wollen den Pokal holen. Wenn man denn schon mal im Final ist, dann will man natürlich auch den Pott. Aber ein Blick auf die Aufstellungen, der hat auch gezeigt, dass beide Mannschaften durchaus große Wechsel vorgenommen haben. Von der Auer Mannschaft vom Wochenende, die den Aufstieg in Köln gefeiert hat, sind nur vier Spieler heute mit dabei. Ja, und bei Zwickau sieht es ähnlich aus. Da spielen auch nicht alle Spieler vom Wochenende. Denn Zwickau hat ja noch einiges vor der Brust, noch zwei schwere Spieltage. Und für Zwickau speziell geht es ja auch noch um den Aufstieg in die dritte Liga. Also man nimmt das Spiel heute Abend ernst, aber man hat eine kleine andere BF hier von beiden Seiten auf den Platz geschickt. Und übrigens auch die Fanlager nehmen dieses Spiel sehr, sehr ernst. Es gab hier vorm Anpfiff ein paar unschöne Szenen. Bengalische Feuer, die Polizei musste schon mal aufrücken. Wir hoffen, dass es ein friedlicher Abend bleibt. Das hoffen wir in der Tat. Vielen Dank, Sven. Und das Spiel, liebe Zuschauer, können Sie dann übrigens in voller Länge im Internet verfolgen. Dort gibt es einen Livestream. Und die Höhepunkte, die zeigen wir Ihnen dann morgen hier im Sachsen-Spiegel. 40 Jahre ist es her, dass bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck ein 15-jähriges Mädchen aus Dresden im 3000-Meter-Eisschnelllauf sensationell Silber holte. Es war die erste von sieben Olympiamedaillen in der Karriere von Andrea Erich, die 1984 sogar Gold gewann. Und auch wenn es in den letzten Jahren still geworden war, um die mehrfache Weltrekordlerin, still gehalten hat sie nie. Heute ist sie am liebsten in den Bergen unterwegs mit Skiern und Schneeschuhen. Und mein Kollege Torsten Kutschke hat sie getroffen im eiskalten Sibirien. In Irkutsk treffen wir uns, 8000 Kilometer von der Heimat entfernt, mitten im sibirischen Frühling. Zwei große Träume will sich Andrea Erich hier erfüllen, im wilden Osten von Russland. Der erste sieht so aus und heißt Transsibirische Eisenbahn. Sieben Stunden lang geht es durch die Taiga, mit heißem Tee aus dem Samovar, durch endlose Wälder, bis zum zugefrorenen Baikalsee, wo für die 55-Jährige der zweite Traum in Erfüllung gehen soll. Wir wollen den Baikal überqueren, zu Fuß, gut 70 Kilometer in drei Tagen. Wo es im Sommer das klarste Wasser auf unserem Planeten gibt, wartet im Winter das sauberste Eis. Mitten auf dem ältesten und tiefsten See der Erde packt Andrea ihre Schlittschuhe aus. Hier, einmal im Leben ihre Runden zu drehen, das ist die Krönung für die Eiskönigin von einst. Und während sie schwärmt und genießt, verrät uns Andrea, wie das Zuhause vor langer Zeit alles mal angefangen hat. Mit meinem dritten Lebensjahr wurde ich auf Schlittschuhen gestellt, hatte also Bauch einzuziehen, gerade zu stehen und die Arme ordentlich zu halten. Und das ist also so die Passion gewesen. Meine Eltern haben sich gewünscht, dass ich die Gabi seifert werde. Und da habe ich mir allerbeste Mühe gegeben. Es gab nur ein Problem damals, Anfang der 70er Jahre. Klein Andrea hatte alle Sprünge rechts herum gelernt und trainiert. Als Paarläuferin fand sie deshalb keinen Partner. Und da gab es eine Frau Müller, eine Jutta Müller, die in Chemnitz gesagt hat, Mädel, lass es sein. Lass es einfach sein. Also wechselte Andrea zu den Eisschnellläufern. Der Rest wurde ein großartiges Kapitel Sportgeschichte. Und das hier und heute, das ist purer Genuss. Und? Wie geht's dir jetzt? Klasse. Die Eiskönigin. Also klasse. Sehr schön. Hätte ich nie gedacht, dass du so gut laufen kannst an einigen Stellen. Das ist ja sensationell. Dir steht die Freude ins Gesicht geschehen. Das freut mich auch. Was Andrea Erich auf dem Baikal und in Sibirien noch alles erlebt, das zeigt der MDR morgen Abend. Ab 21.15 Uhr in der Biwak-Reportage zu Fuß über den Baikalsee. Und wir sehen uns bereits ab 19 Uhr wieder. Jetzt geht es hier weiter mit MDR aktuell. Thema dort unter anderem die Messerattacke heute in der Nähe von München, bei der ein Mensch getötet wurde. Vorher aber hat Stefanie Meißel noch den Blick aufs Wetter mit nicht ganz so tollen Aussichten für Pfingsten. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen dann. Tschüss. Leuchtraketen, Rauchwolken, Spielunterbrechung. Das Sachsen-Pokalfinale wird ein Fall fürs Sportgericht. Ausschreitungen. Polizei ermittelt gegen randalierende Fans. Ausnahmezustand. Sachsen bereitet sich auf den Klimawandel vor. Und? Antrittsbesuch Marion Ackermann leitet ab November die staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Tja, wie schön wäre es gewesen, wenn wir heute, einen Tag nach dem Pokalfinale zwischen Aue und Zwickau, nur über das Spiel der beiden Mannschaften hätten sprechen können. Über den entscheidenden Treffer der Aue und den anschließenden Jubel. Doch der Pokalsieg der Feilchen ging unter in Rauch und Nebel. Der Sport rückte mal wieder in den Hintergrund. Stattdessen wurde die Partie überschattet von schweren Fanausschreitungen. Das Pokalfinale ist noch nicht einmal angepfiffen. Da fliegen schon Leuchtraketen aufs Spielfeld. Aus dem Zwickauer Fanblock. Die Anhänger des FSV verzögern mit ihren Bengalos den Spielbeginn. Das Erzgebirgsstadion versinkt in einer Rauchwolke. Das ist eine Katastrophe, was überhaupt passiert. Das gehört halt einfach nicht dazu. Es ist wichtig, dass einen die Fans supporten. Aber alles andere gehört einfach nicht in den Stadion. Ultras beider Lager versuchen sogar, den Platz zu stürmen. Ordner und Polizisten greifen hart durch. Die Partie muss mehrmals unterbrochen werden. Immer wieder fliegt Pyrotechnik vom Gästeblock zu den Aue-Fans und später von dort wieder zurück. Dabei wurden 3 Fans der Auer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Im Nachgang wurde auch bekannt, dass 3 Beamte während des Gesamteinsatzes Verletzungen davongetragen haben. Fans aus Zwickau und Aue, sie gelten seit jeher als Erzrivalen. Die wohl heftigsten Krawalle gab es im Mai 1991. Zwickauer Hooligans stürmen den Platz, prügeln sich mit Spielern und Schiedsrichtern. Spielabbruch. Vor dem Westsachsen-Stadion wird der Auer-Fanbus attackiert. 1994 die Vernunft auf dem Schalterhaufen. Zwickauer Anhänger setzen in Aue eine Hochsprungmatte in Brand. Und auch gestern können die Ordnungskräfte nicht verhindern, dass Dutzende Bengalos ins Erzgebirgsstadion geschmuggelt und dann gezündet werden. Ich habe auch wieder nachgefragt bei den Sicherheitskräften, wie kommt man denn mit diesen Sachen auch rein. Das sind aber solche kleinen Dosen, da kann man so viel abtasten, aber man kriegt es dann eben nicht. Das Sachsen-Pokalfinale, es wird ein juristisches Nachspiel haben. Der Fall liegt beim Sportgericht. Tja, trotzdem wurde natürlich auch noch 90 Minuten lang Fußball gespielt. Darüber wollen wir viel lieber sprechen und das machen wir dann auch etwas später in der Sendung. Vorher aber reden wir über das Wetter und zwar nicht darüber, ob wir morgen den Regenschirm brauchen oder wie warm es am Pfingsten wird, sondern wir wollen wissen, wie sich das Wetter oder vielmehr das Klima in den nächsten Jahren so entwickelt. Es ist ja viel von Klimawandel die Rede und der macht sich auch hier bei uns in Sachsen bemerkbar. Sagen zumindest die Wissenschaftler, die jetzt im Erzgebirge zusammengekommen sind bei den Annaberger Klimatagen. Sahara-Sommer mit langen Trockenphasen und immer häufiger Gewitter, Hagel, Überschwemmungen. Und die Winter? Eher mild und schneearm, sagen die Experten. Klingt nicht wirklich super, die Prognose für das Klima in Sachsen. Der Klimawandel wird uns schon auf jeden Fall treffen. Das Problem ist natürlich, dass das ein langfristiger Prozess ist, den man nicht in den nächsten Jahren sieht. Und natürlich kurzfristig ist es auch mal zwei, drei Jahre kühler sein kann. Das heißt, das ist natürlich eine Geschichte, die man erst so in einigen Jahrzehnten deutlich sehen wird. Aber die Anzeichen, die spüren die Wissenschaftler schon jetzt. Beispiel Starkregen. Da braut sich immer häufiger etwas zusammen. Über Sachsen. Man könnte aus dem Zahlenmaterial heraus separieren, dass insbesondere die zugenommene sommerliche Wärmebelastung, dass mit dieser zugenommenen Wärmebelastung einhergeht, ein hochsprunghaft angestiegenes Starkregenverhalten. Bedeutet für die Zukunft, dass jeder Einzelne sich darauf einstellen muss. So wird zum Beispiel der Wald in Sachsen bis 2050 umgebaut. Mit Baumarten, die den Wetterextremen besser trotzen sollen. Auch das ist ein Thema für die Experten auf der deutschlandweit einzigartigen Fachtagung zum Klimawandel. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Das Thema ist extrem komplex. Und deshalb ist es gut, wenn Experten aus der Wissenschaft, aus der Meteorologie, aus der Verwaltung zusammensitzen und darüber diskutieren, wie gehen wir damit um. Noch bis morgen werden die 120 Fachleute aus vier Nationen ihre neuesten Erkenntnisse zum Thema Klima in Annaberg-Buchholz austauschen. Die Stiftungskultur in Sachsen ist fast 800 Jahre alt. Die erste Stiftung im Freistaat wurde damals in Grimma ins Leben gerufen. Und inzwischen gibt es hierzulande mehr als 500 Stiftungen, bei denen eben Geld aus Privatvermögen bestimmten Zwecken zukommt. Und viele von diesen Stiftungen sind auch vertreten beim Deutschen Stiftungstag, der heute in Leipzig begonnen hat. Felix Mendelssohn-Bartoldi, einer der berühmtesten Söhne Leipzigs. Dieser große Komponist, Pianist und Organist, der dem Erbe Bachs zur Bedeutsamkeit verhalf. Sein Haus in der Leipziger Innenstadt ist im Besitz der Felix Mendelssohn-Bartoldi-Stiftung. Kurt Masu hat seit den 80er Jahren versucht, dieses Haus zu retten, weil es eines der wenigen europäischen Musikerhäuser ist, oder Häuser, in denen ein Komponist gelebt hat, was eine hohe Authentizität hat. In den Wirken der 90er Jahre wäre es bald ein Spekulationsobjekt geworden. Und so musste Kurt Masu einen Verein gründen, hat dieses Haus gekauft und dann mithilfe dieses Vereins und vielen Spenden aus aller Welt und Fördermitteln das Haus saniert. Als es fertig war und als Museum Erträge erwirtschaften konnte, ist es 2012 in eine Stiftung übergegangen und finanziert sich über Einnahmen, Spenden und Fördermittel. Unweit davon, auf der Leipziger Messe, betritt die Bundeskanzlerin die Bühne des Deutschen Stiftungstags. Ihre Botschaft? Die 21.000 deutschen Stiftungen sind ein Garant für eine gut funktionierende Gesellschaft. Ohne gesellschaftlichen Einsatz für Bildung hätten wir weit weniger qualifizierte und motivierte Fachkräfte. Ohne bürgerschaftliches Engagement für Naturschutz wäre mancher Naturschatz längst verloren. Und ohne privates Kapital zum Erhalt historischer Bauwerke wäre mancher Ort viel weniger einladend. Doch Sachsen und die ostdeutschen Bundesländer tun sich immer noch schwer mit der Stiftungskultur. Durch die DDR litt natürlich das Privatvermögen. Das konnte einfach nicht aufgebaut werden. Und das ist einfach ein Grundbaustein, dass man Kapital hat und es auch für andere zur Verfügung stellt. Und dieser Gedanke ist vielen noch fremd. Das soll sich in den nächsten Jahrzehnten ändern. Im Felix-Mendelsson-Bartoldi-Haus in Leipzig kann man hören und sehen, was Stiftungskultur bewirken kann. 17 Jahre lang war er der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Hans-Werner Sinn ist ja bekannt für seine markigen Sprüche und seine streitbaren Thesen. Kaum ein Wissenschaftler polarisiert so sehr wie er. Und entsprechend groß sind natürlich die Fußstapfen, wenn die sein Nachfolger tritt. Clemens Fuest heißt er. Er ist seit April der neue Chef des Instituts und hat sich heute in der IFO-Niederlassung in Dresden vorgestellt. Brexit, Grexit, Euro und die Wirtschaftslage in Sachsen, das sind nur einige Themen, die den Wirtschaftswissenschaftler Fuest bewegen. Seine Botschaft in Dresden, eine vollständige Angleichung der ostdeutschen Lebensverhältnisse an die im Westen, wird es nicht geben. Einwohner in Ostdeutschland wie auch sonst sollten sich auf die interessanten Gegenden und die Zentren und die dynamischen Entwicklungen da konzentrieren und die auch nutzen. Aber nicht erwarten, dass flächendeckend die Lebensverhältnisse wirklich vollständig gleich sind. Fuest gilt wie sein Institut auch als Wirtschaftsliberaler nah an den Interessen der Unternehmen. Sachsen ist ein Schwerpunkt der IFO-Untersuchungen. Was dabei auffällt, der Freistaat rutschte mit 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum ab. Vorn liegen Baden-Württemberg, Berlin und Brandenburg. Sachsen hat ja eine gute Performance hingelegt in den letzten Jahren, ist eins der Bundesländer, die sich gut entwickelt haben. Es ist derzeit allerdings so, dass es eine Reihe von Sonderentwicklungen gibt. Berlin entwickelt sich sehr stark und davon profitiert das Umland erheblich. Stichwort Mindestlohn. Dieser war jahrelang auch auf dem Bau ein großes Thema. Nach viel Kritik an dessen Einführung hält sich das IFO-Institut nun mit einer umfassenden Analyse zurück. Dazu seien Forschungen notwendig, so Fuest. Was wir derzeit erkennen können, ist, dass die Unternehmen sich in sehr verschiedenen Richtungen sehr individuell anpassen. Einige haben in der Tat die Preise erhöht, andere haben Neueinstellungen zurückgestellt. Insgesamt ist der Arbeitsmarkt derzeit gut in Deutschland. Die Wirtschaft läuft gut und deshalb werden Effekte des Mindestlohns am Arbeitsmarkt jetzt auch noch nicht spürbar. Interessanter wird es in der nächsten Rezession. Der Lohnabstand zum Westen wird sich nicht rasch verkleinern. Denn diese und andere Thesen des neuen IFO-Chefs dürften in Sachsen und anderswo für Diskussionen sorgen. Auch diese Frau hier hat einen hochdotierten Job übernommen. Marion Ackermann, die neue Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Sie kommt aus Düsseldorf von der renommierten Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, hat dort international wichtige Ausstellungen auf den Weg gebracht und ein Team von 100 Mitarbeitern geleitet. Und jetzt in Dresden sind es 500 Mitarbeiter und 14 verschiedene Museen. Wichtige Museen in der ganzen Welt werden von Frauen geleitet. Mit Marion Ackermann bekommt ab dem 1. November nun auch eines der bedeutendsten Häuser Deutschlands eine Generaldirektorin. Eine, die schon heute von ihrer neuen Wirkungsstätte begeistert ist. Wenn man von außen auf die staatlichen Kunstsammlungen Dresden blickt, muss man sagen, sie sind vorbildhaft in Bezug auf die Forschung, auch auf die Ausstattung, auf die Internationalisierung. Und es gibt kein Museum in Deutschland, was einen so starken Anspruch und Intensität hat in Bezug auf Forschung. Dass die Wahl der Findungskommission auf die international vernetzte Kunsthistorikerin mit Stationen in München, Stuttgart und Düsseldorf fiel, das ist auch eine Wertschätzung ihrer fachlichen Kompetenz. Sie kommt ja aus der Expertise 20. und 21. Jahrhundert. Etwas, was wir in Dresden ja manchmal ein bisschen vermissen. Und ich glaube, sie kann eine gute Brücke herstellen. Zwischen dem, was wir heute benötigen, was moderne Kunst ist und was die Stadt auch zu bieten hat, und den tradierten, ehrwürdigen staatlichen Kunstsammlungen. Moderne Kunst, das ist für Marion Ackermann trotz ihrer Leidenschaft auch für das grüne Gewölbe wirklich das Stichwort. Sie hat eine Störerfunktion. Sie soll beunruhigen, sie soll quälen, zum Diskurs aufrufen. Und wenn man also nur praktisch sich selbst bestätigt, indem man sagt, ja seit August dem Starken ist es alles so toll, was wir hier haben, dann würde man eigentlich dem Sinn, dem tiefen Sinn von Kunst nicht gerecht werden. Und dennoch wird die in der Türkei aufgewachsene neue Generaldirektorin nicht nur auf moderne Kunst setzen. Ich persönlich liebe die türkische Kammer sehr. Ich finde sie märchenhaft, ich finde sie herrlich. Ich hätte große Lust, mit diesem Thema auch etwas zu machen, was eine Brisanz entwickelt, die sogar in das Politische geht. Leidenschaft, darauf setzt die hochkarätige Museumsfrau in Sachsen. So könne man mit Kunst auch Politik vermitteln. Nachdem an einer Dresdner Oberschule Unbekannte einen Tresor mit Prüfungsaufgaben gestohlen hatten, hat die Polizei den Geldschrank nun gefunden. Er lag aufgebrochen in einem Gebüsch in der Nähe der Schule. Entwendet wurden Fahrkarten und Bargeld. Die Prüfungsaufgaben selbst blieben offenbar unberührt. Das Kultusministerium hatte sicherheitshalber Ersatzaufgaben für die betroffenen Fächer ausgegeben. Und bei diesen bleibt es nun auch. An den Prüfungen nehmen insgesamt 17.000 Oberschüler in ganz Sachsen teil. Und jetzt weitere Nachrichten kurz und kompakt. Moscheebau in Chemnitz abgelehnt. Das von der muslimischen Gemeinde bevorzugte Grundstück steht nicht zur Verfügung. Der Bauausschuss der Stadt folgte den Plänen der Verwaltung, auf dem 1.400 Quadratmeter großen Areal im Lutherviertel wie vorgesehen Wohnhäuser zu bauen. Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde sucht nun nach einem alternativen Standort. Kristallsensation. In Freiberg wird seit heute eine riesige Fluoridstufe präsentiert. Sie ist 240 Kilogramm schwer und war im Januar nach einer Bergwerkssprengung bei Oberwiesenthal gefunden worden. Aufgrund ihrer Größe und ihrer einzigartigen Kristalle gilt sie als Sensation und erhielt den Namen die Perle von Sachsen. Gewandhaus Zwickau wird saniert. Laut Stadtrat werden die Arbeiten im November beginnen. Die Sanierung wird rund 14 Millionen Euro kosten. Erneuert werden unter anderem das Dach, Sanitärräume und Elektroanlage. Die Stadt rechnet mit einer Förderung in Höhe von knapp 9 Millionen Euro. Zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam etwas zu essen bestellen. Was eigentlich ganz nett und entspannt klingt, ist inzwischen ganz schön kompliziert geworden. Der eine mag das nicht, der andere verträgt jenes nicht. Es gibt Vegetarier, Veganer, Fleischesser, Rohköstler, Menschen mit Laktoseintoleranz und so weiter und so fort. Dort, weshalb Gäste im Restaurant auch immer häufiger die Speisekarte zerpflücken und Extrawürste verlangen. Vier Leute, vier Ernährungsstile. Eine Herausforderung für jeden Gastwirt. Was darfst du bei Ihnen sein? Ja, ich würde das Wildschnitzel nehmen mit dem Kürbiskohlrabigemüse und den erzgebirgischen Buttermilchgetzen. Gnocchi-Gemüsepfanne, können Sie sagen, ob die auch vegan ist? Also ich stehe vegetarisch. Vegane Gäste kennt er, aber diesmal sitzt sogar eine Rohköstlerin mit am Tisch. Vielleicht könnte ich dann mal mit dem Koch sprechen, was Sie im Angebot haben. Gerne. Ja, nö. Was möglich wäre an Wurzelgemüse vielleicht, weil ich habe hier nicht so richtig was gefunden. Also es muss irgendwie, kommt es mir zumindest so vor, immer alles funktionieren. Auch wenn man mal sagt, nein, dann ist man gleich unflexibel. Dabei bemüht er sich wirklich. Was viele Gäste nicht wissen, bevor ein Gericht überhaupt in die Speisekarte kommt, hat es mehrere Verkostungsrunden hinter sich und ist centgenau berechnet. Aber trotz aller Probeläufe und Kalkulationen, die vielen Sonderwünsche, bringen Koch und Gastwirt an ihre Grenzen. Gastronomie funktioniert eigentlich nur so, dass die Gäste Vertrauen in dem Koch stecken, der das Essen herstellt. Und das Vertrauen ist manchmal so ein bisschen angeknackst, indem Leute da in die Gaststätte kommen und anfangen, die Karte völlig auseinanderzunehmen und sich ihre eigenen Gerichte zu kreieren. Und dann sich wundern, dass es manchmal dann nie funktioniert, auf Deutsch gesagt. Ich persönlich komme mir manchmal vor, als wäre ich ein Mietkoch. Und das kann eigentlich so nie wirklich sein, dass man für jeden persönlich, also ich kann nie für jeden persönlich kochen. Das geht nie. In der Runde sitzt auch Armin Schumann vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Er weiß schon länger, dass die zunehmenden Extrawünsche ein richtiges Problem sind. Also es ist schwierig, bei kleinen Gaststätten auf jeden Fall jedem gerecht zu werden. Also das muss man schon so sagen. Das kann man auch nicht. Selbst große Hotels tun sich sicherlich auch schwer damit. Das ist natürlich im Einzelfall schon machbar, aber natürlich jetzt nicht in großer Bandbreite. Ja, ein Kempis-Koch hat es tatsächlich geschafft, die drei Extra-Essen genauso schnell und perfekt zuzubereiten, wie das Gericht von der Speisekarte. Nach 20 Minuten wird serviert. Denn trotz aller Sonderwünsche, deshalb länger warten, wollen seine Gäste natürlich nicht. Ja, und trotzdem fragen sich eben viele, ist denn niemand mehr normal? Und das ist auch der Titel der Sendung heute bei Exact die Story, zu sehen ab 20.45 Uhr hier im MDR. Die Renten sind nicht nur in Ost und West verschieden, sondern auch zwischen Männern und Frauen. Weil sie oft weniger Geld verdienen als Männer, weil sie geringfügig beschäftigt sind, weil sie wegen Kindererziehung weniger Berufsjahre auf dem Konto haben. Wegen all dem beziehen Frauen im Schnitt deutlich niedrigere Renten als Männer. Und darauf muss sich auch diese Taxifahrerin einstellen. Annegret Kreutz sagt, sie sei eine echte Kämpferin. Die gelernte Fachverkäuferin hat schon alles mitgemacht. Entlassung, Hartz IV, Selbstständigkeit, Privatinsolvenz. Jetzt fährt sie Taxi. In Dresden von 4 Uhr morgens bis mittags um 1. Bis zur Rente muss sie noch 10 Jahre lang arbeiten. Der Rentenbescheid verspricht ihr dann monatlich 361 Euro. Sie hat keine Ersparnisse, um den Lebensunterhalt als Rentnerin zu sichern. Ich habe jetzt 1080 Euro. Was soll ich da weglegen? Man verzichtet auf Theater, man verzichtet auf Kino. Man geht zwar raus, aber man guckt dann in die Regale. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das nicht leisten? Annegret Kreutz wird sich im Alter noch weniger leisten können. Wenn alles so bleibt wie jetzt, wird sie also eine monatliche Rente in Höhe von rund 361 Euro erhalten. Für die Wohnung samt Nebenkosten zahlt sie schon heute 395 Euro. Deshalb bekommt sie als Rentnerin eine Grundsicherung und die berechnet sich wie folgt. Der Regelbedarf beträgt in ihrem Fall 404 Euro, der zusätzliche Mehrbedarf 68 Euro. Die Mietkosten von 395 Euro werden vom Staat übernommen. Insgesamt macht das 867 Euro. Von dieser Gesamtsumme wird nun die Rente komplett abgezogen, also 361 Euro. Und so bleiben Frau Kreutz als Rentnerin monatlich 506 Euro zum Leben. Das ist dann in ihrem Fall die Grundsicherung. Frauen sind besonders betroffen, weil Frauen natürlich in den Branchen arbeiten, insbesondere der Dienstleistung. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel. Jeder Vierte in Sachsen ist betroffen vom gesetzlichen Mindestlohn. Das heißt, alle die Menschen, wenn die jetzt 45 Jahre arbeiten würden mit dem gesetzlichen Mindestlohn, hätten eine Rente, eine Altersrente auf Höhe der Grundsicherung. Somit steht das Beispiel von Annegret Kreutz exemplarisch für eine immer größer werdende Gruppe älterer Menschen, die im Alter noch ärmer wird. Bei der Einführung der Grundsicherung 2003 erhielten rund 440.000 ältere Menschen in Deutschland eine Rentenaufstockung. Heute sind es mehr als eine Million. Das aber bleibe nicht ohne Folgen. Unsere Sozialberatungsstellen im Paritätischen vermelden auch deutlich den Anstieg von gerade älteren Menschen, die kommen und Rat suchen. Auch im Bereich der Drogenabhängigkeit, hier ist es eben vor allem der Alkohol, hat sich der Alkohol wirklich im Wesentlichen zu einer Droge der älteren Menschen entwickelt. Das ist tatsächlich so. Und wenn Sie dann in die Großstädte schauen, in die Ballungsräume, dort haben Sie die Einsamkeit im Alter, die Verwahrlosung, Zwangsräumungen, Stromabschaltungen. Das sind nicht nur die Großfamilien, sondern das sind gerade alte Menschen betroffen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht für das Problem nur eine Lösung. Keine Rentenaufstockung, sondern eine Bürgerversicherung für alle. Das findet auch Annegret Kreuz vernünftig. Um ihren gesetzlichen Rentenanspruch vielleicht doch noch etwas zu verbessern, will sie mindestens bis zu ihrem 70. Lebensjahr arbeiten. Es ist ein See der Superlative. Mit über 1640 Metern gilt der Baikalsee in Sibirien als tiefster Binnensee der Erde. Und mit seinen 25 Millionen Jahren zudem noch als weltweit ältester Süßwassersee. Aber es sind nicht nur diese Rekorddaten, die unsere Kollegen vom MDR-Abenteuer-Magazin Biwak fast schon magisch angezogen haben. Sie wollten dort, wo der Winter bis in den Mai hinein dauert, einmal zu Fuß über dieses sogenannte Heilige Meer der Russen marschieren. Und eben über jenen sagenumwobenen Baikalsee. Es ist nicht irgendein See, über den wir laufen und auch nicht irgendwelches Eis. Es ist das sauberste Eis der Welt. Und es war unser aller Traum, hier einmal unterwegs zu sein, auf dem größten, dem ältesten und tiefsten Süßwassersee der Erde. Bis weit ins Frühjahr hinein ist der Baikalsee mit Eis bedeckt. Wir wollen ihn überqueren. In drei Tagen von Ost nach West. 70 Kilometer Einsamkeit, auf denen nichts anderes zählt, als das hier und jetzt. Sonst guckt man ja beim Wandern immer nach links oder nach rechts oder geradeaus. Hier geht der Blick sehr, sehr oft nach unten. Es ist einfach faszinierend, was Mutter Natur hier im Eis für Kunstwerke geschaffen hat. Mehr als einen Meter ist das Eis noch dick. Ein wildes Labyrinth, durchzogen von Spalten und Narben, auf denen wir uns fühlen wie winzige Ameisen auf der Suche nach dem rechten Weg. 8000 Kilometer weit sind wir geflogen. Von Dresden über Moskau und den Ural bis ins Herz von Sibirien nach Irkutsk. Wo uns ein alter Bekannter den Weg gewiesen hat, noch weiter gen Osten. Unser erstes großes Abenteuer war die Fahrt mit der legendären Transsibirischen Eisenbahn. Sieben Stunden durch die Taiga in den wilden russischen Osten. Eiskalte Nächte erwarten uns auf dem Eis und anstrengende Tage. Es ist ein beschwerliches Fortkommen in den zerklüfteten Packeisfeldern. Und wie wir schneller merken, als uns lieb ist, auch kein ganz ungefährliches. So, jetzt ist uns, glaube ich, allen ein bisschen der Schreck in die Glieder gefahren mir auch. Sie haben es ja vielleicht gehört, es hat geknallt wie ein Kanonenschlag. Und ich stand gerade drei Meter davor und habe wirklich erst mal geguckt, ob ich nicht auf einer Scholle stehe. Es ist zum Glück nur ein schmaler, langer Riss, der sich urplötzlich durchs Eis zieht. Die Sonne scheint, das Eis dehnt sich, aber die Ufern gehen nicht auseinander. Es muss das Eis sein, das bricht. Oft entstehen dabei meterhohe Barrieren, manchmal tiefe Spalten und Gräben. Ein Spaziergang wird dieses Abenteuer auf keinen Fall. Und wie dieses Abenteuer weitergeht, das sehen Sie heute Abend in Biwak ab 21.15 Uhr hier im MDR. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Landespokalfinale zwischen Aue und Zwickau. Die hässliche Seite dieses Abends haben wir Ihnen ja schon zu Beginn der Sendung gezeigt. Sportlich dagegen war dieses Duell durchaus ein Hingucker. Und das, obwohl Erzgebirge Aue genauso wie der FSV Zwickau aufgrund des Aue-Aufstieges schon vorher für den DFB-Pokal qualifiziert waren. Die Aue-Fans sorgen von Beginn an für eine mitreißende Pokalfinal-Atmosphäre. Auf dem Platz aber sind es erstmal die Zwickauer, die mit ihrem Spiel begeistern und sogar ins Tor treffen. Marc-Philipp Zimmermann dabei allerdings im Abseits. Der Regionalliga-Spitzenreiter, auch bei Standards gefährlich, wie bei diesem Freistoß von Patrick Göbel, den Mario Seidel, der Männerersatz im Auer-Tor pariert. Doch Zwickau bleibt dran und setzt immer wieder nach. Allein im Abschluss habert es. Nach einer guten halben Stunde verfolgt der Auer-Aufstiegstrainer diesen weiten Abschlag des Zwickauer Torwarts und den Raketenstart in der Mitte von Oliver Genausch. Vorbei an allen Auer-Spielern, doch dann erneut ein klasse Reflex des Auer-Keepers. Nach der Pause aber muss der Zwickauer Trainer mit ansehen, wie die Entscheidung für den Gegner fällt. Balleroberung Louis Samson mit dem Pass in die Tiefe, Max Wegner mit kurzer Körpertäuschung schiebt die Kugel zu Mario Quesic, einem der Aufstiegshelden und das Sachsen-Pokalfinale ist mit einem Tor entschieden. Die Leistung, die gibt mir einfach Mut für die restlichen Aufgaben in der Meisterschaft und das ist wichtig, wenn gleich wir logisch gerne gewonnen hätten. Aber wir haben einen Fehler gemacht, den hat Auer bestraft und dementsprechend hat Auer gewonnen und Glückwunsch dazu. Wir wollten schon unbedingt gewinnen, das ist ja ein Spiel, wo es ums Vieh geht, es geht um Prestige und es ist Finale. Und wir wollten jetzt zeigen, dass wir absoluten Profis sind und dass wir jetzt nicht uns feiern lassen. Nach dem Pokalsieg aber feiert Dotschefs Truppe umso ausgelassener. Als der Komponist Max Reger heute vor genau 100 Jahren starb, war er so etwas wie ein musikalischer Superstar. Und auch wenn später sogar ein Asteroid nach ihm benannt wurde, heutzutage ist Reger bei weitem nicht mehr so bekannt wie ein Brahms zum Beispiel oder ein Bach oder auch ein Beethoven. Doch das soll sich jetzt ändern, zumindest wenn es nach der Stadt Leipzig geht. Hier hat der Komponist lange Zeit gewirkt und hier wird seit dieser Woche mit den Max-Reger-Festtagen an den Meister erinnert. Höchst virtuos spielen muss man sie, die Musik von Max Reger. Studenten der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig stellten sich der Herausforderung, produzierten mit ihren Lehrern gleich drei CDs zum Jubiläum, eine echte Entdeckung. Diese anderen Sachen, die wir jetzt kennengelernt haben, die sind auf jeden Fall sehr interessant. Und es ist schon erstaunlich, dass es so unbekannt in Anführungsstrichen ist. Ich finde, Max Reger muss das Cello sehr geliebt haben. Das merkt man an seinen Kompositionen. 1907 kam Max Reger als Direktor des Königlichen Konservatoriums nach Leipzig, dem Wirkungsort seines großen Vorbildes, Johann Sebastian Bach. Reger, heute fast nur wegen seiner Chor- und Orgelwerke bekannt, spielte oft in der Thomaskirche, um Bach ganz nah zu sein. Es ist ja so, dass er dieses B-A-C-H hat er ja wirklich in Töne gemeißelt in seinen eigenen Kompositionen. Und aus diesen Kompositionen heraus kommt so eine Ehrfurcht und so ein Gestaltungswille aber auch zutage. Das zeigt, wie stark sich Reger rückt bis Sonnen hat, aber das mit ganz moderner Torentaschsprache seiner Zeit verbunden hat. Dirigent, Komponist, Pianist, Lehrer. Max Reger war einer der letzten Universalmusiker. Ein Genie von enormem Fleiß, damals ein Topstar. Heute steht er etwas im Schatten der großen Kollegen zu Unrecht. Also Max Reger war einer der Komponisten, der letztendlich das Tor wirklich zum 20. Jahrhundert geöffnet hat und eine völlig neue Tonsprache entwickelt hat. Und diese Tonsprache hat sich dann auch im 20. Jahrhundert darauf fußend weiterentwickelt. Der Titan, der Familienvater hatte auch seine Schattenseiten, war Workoholiker, Kettenraucher, Alkoholiker. Mit nur 43 Jahren stirbt Max Reger am 11. Mai 1916 in Leipzig. Dort will man Reger endlich wieder Gebühren feiern. Ein ganzes Jahr lang an vielen Orten in der Messestadt. Und das war's von uns für heute. Gleich geht's ja weiter mit MDR aktuell. Vorher aber hat Maiera Rote noch den Blick aufs Wetter und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017